Musik Ganz herzlich willkommen zu diesem Freitagabendgottesdienst von Gottes Haus mit Martin und Sigrid Amen Wir haben in dieser Woche einige Zuschriften bekommen, wo Leute geschrieben haben Oh, ich freue mich so auf den Freitagabend Und das tun wir auch Wir sind sehr froh, heute Abend, diesen Abend mit euch zusammen zu erleben Mit euch gemeinsam zu verbringen, das Wort Gottes zu betrachten Wir haben viele Dinge vor Und heute Morgen bei einer Gebetszeit blieb mein Blick an einem Satz hängen Der in Lukas 17 steht und der hat uns schon sehr ermutigt Und da sagen die Apostel zu Jesus Mehre uns den Glauben Mehre uns den Glauben Und das ist etwas, was wir von Gottes Haus tun wollen Wir wollen mit dem Wort Gottes euren Glauben mehren, aufbauen Und unseren auch Und unseren auch Und bereichern Und Fundamente neu wieder festigen Und gerade in dieser Zeit, die immer noch sehr herausfordernd ist für viele Wollen wir dieses Gebet in unserem Herzen bewegen Herr, mehre unseren Glauben Das heißt so viel wie Wir schließen uns an diese übernatürliche Kraft Gottes heute Abend an Und wir erwarten, dass Gott eingreift in jede Lebenssituation von jedem, der hier zuschaut Und für jeden, der diesen Gottesdienst in den nächsten Tagen noch schauen wird Denn Die Bibel sagt, dass der Herr der Anfänger und Vollender des Glaubens ist Amen So, wir haben heute wirklich sehr viel vor Wenn du das letzte Mal nicht dabei warst Wir hatten gesagt, dass wir heute Abend für die Gebetsanliegen beten wollen Gemeinsam, die in den letzten Wochen reingekommen sind Und du siehst hier dieses Körbchen Das ja zu einem, wie soll ich sagen Zu einem Synonym geworden ist Eine feste Größe geworden Ja, für die Gebetsanliegen, die bei Gottes Haus eingeschickt werden Und was ich am Anfang sagen möchte ist Ich bin sehr bewegt Wir sind sehr bewegt über das Vertrauen, was ihr uns entgegenbringt Und für die Freudigkeit, die ihr einfach habt, daran uns Anteil haben zu lassen an eurem Leben Und wir wollen heute gemeinsam für diese Anliegen beten Wobei viele der Anliegen, die wir gelesen haben, sind wirklich Ja Also, sagen wir mal haarsträubend Das ist entsetzlich In was viele Geschwister einfach drin hängen In was für Schwierigkeiten, was für Situationen, was für Nöten Ja Also, es ist etwas, wo wir wirklich sagen Es muss einen Unterschied geben Es muss einen Durchbruch geben Für manche ist es also so Dass es wirklich Richtig auf einen Wie soll ich mal sagen Auf so einen Knackpunkt zuläuft Ja, auf einen Punkt Wo wir sagen, es muss jetzt was passieren Genau Es muss einen Eingreifen Gottes geben Und wir glauben dafür Und das ist auch das, wofür wir heute beten werden Dass es einen realen Unterschied im Leben gibt Denn es muss einen Unterschied geben Bei denen, die Gott dienen Und bei denen, die ihm nicht dienen Ja Das, was wir damit verbinden wollen Ist, dass wir heute auch gemeinsam Abendmahl nehmen wollen Wenn du also noch kein Abendmahl vorbereitet hast Dann hast du jetzt noch gleich Gelegenheit Das für dich so zu Hause zu besorgen Schau, es ist nicht unbedingt jetzt Wichtig, wenn du sagst Ich habe aber keinen Wein Und jetzt ist das Es kommt darauf an Wie du mit dem Herrn Dieses Abendmahl erleben wirst Was du von ihm empfängst Und was du von ihm erwartest Ja So, du kannst dir jetzt auch noch Das einrichten Dass du mit uns gemeinsam Dieses Abendmahl nehmen kannst Wir wollen das auch nehmen In Bezug auf diese Gebetsanliegen Unbedingt Und wenn ich an diesem Körbchen vorbeigehe Dann sage ich immer Herr, strecke deine Hand aus Und lass Zeichen und Wunder geschehen Im Leben der Menschen Die uns diese Anliegen geschickt haben Die Gebetsanliegen Das ist so Wir lesen jedes Gebetsanliegen Wir beten für jedes Gebetsanliegen Aber bitte Es ist einfach zu viel Wir antworten nicht auf jedes einzelne Spezifisch Das ist unmöglich Einfach von der Fülle Da bitte ich einfach um Verständnis dafür Auch überhaupt Manche Leute senden uns was zu Es ist echt viel Ja Und bei manchen Dauert es entweder Bis wir uns melden können Wir finden einfach nicht die Zeit dafür Bitte habt Verständnis dafür Wichtig für uns ist Wir lesen alles Und wir bringen es vor den Herrn Und ich denke Das ist es Worum es in Wirklichkeit geht Weil eigentlich erwartest du deine Antwort vom Herrn Und nicht von uns Genau Ja Das was wir heute Abend noch vorhaben ist Wir wollen das Wort Gottes hören Zur Ermutigung Zur Auferbauung Eben den Glauben zu mehren Heute gibt es eine richtige Bibelarbeit Und heute wollen wir auch hören Über den Der unser Leben Und ja Der hier Den größten Der hat das verursacht Antrieb hat Dein Leben schwer zu machen Zu attackieren Die Herausforderungen Dir auf den Tisch zu legen In dein Leben zu legen Nicht nur in dein Sondern in das deiner Kinder Deiner Verwandten Deiner Familie Deinem Arbeitsplatz Deinen Finanzen Was auch immer Wir wollen hören In dieser Bibelarbeit Über die Wie soll man sagen Vorhaben Und Schlichen Schliche des Feindes Machenschaften Die Machenschaften Genau Und dann wollen wir uns auch Danach wieder Dem Wort Gottes Auf Zuwenden Und hören Was Gott Zu uns spricht So das sind jetzt Am Anfang so ein bisschen Der Überblick Wo es heute Abend Lang geht Gut Und eine Ankündigung Habe ich Hier Schofa-Einsatz Das möchte ich wirklich Noch mal sagen Wir haben Zwei Schofa-Einsätze In den kommenden Wochen Und zwar Ist der eine In In Franken Auf dem sogenannten Hesselberg Und der andere Ist in der Nordalp Also beide in Süddeutschland Infos findest du dazu Auf unserer Webseite Der erste Termin Ist der 8. 8. Das ist ein Samstag Auf dem Hesselberg Wenn du Dich interessierst Für Schofa-Blasen Komm einfach mal hin Dann siehst du was Es gibt ein kurzes Teaching Man kann auch dort Schofa-Hörner kaufen Ja Hermann Schneider Bringt welche mit zum Kaufen Hat frisch organisiert Und Es wird auf jeden Fall Ein cooler Einsatz Eine gute Gemeinschaft Der zweite Termin In der Nordalp Ist am 20.8 Das ist ein Donnerstag Das ist ein besonderer Termin Den hat der Herr und so Aufs Herz gelegt Und ja Sei einfach dabei Du müsstest dich anmelden Auf unserer Webseite Da gibt es auch weitere Infos Und die genaue Location Und wie gesagt Ob du jetzt Große Erfahrung hast Oder nicht Wer dabei sein will Ist ganz ganz herzlich eingeladen Es gab ein prophetisches Wort Bei dem ersten Dieser Art von Schofa-Einsätze Das wären jetzt Der dritte und der vierte Bei dem ersten Gab es einen prophetischen Impuls Der gedacht hat Zehn solcher Einsätze Und Deutschland Wird für immer verändert sein Von daher legen wir Darauf sehr großen Wert Auch einfach als prophetisches Zeichen Und es wird in ganz Deutschland sein Diese Einsätze Die Einsätze Und vielleicht sogar Einer in der Schweiz Und einer in Österreich Wir werden schauen Wie der Herr es führt Jetzt erstmal Diese beiden Einsätze In Süddeutschland Ja Wenn du schauen möchtest Was das mit dem Schofa Und diesen Sachen Auf sich hat Wir haben auf unserer Webseite Einen Clip Wo du viel hören kannst Und es gibt ein Buch Über das Schofa Blasen Und welche Dinge damit Auch biblisch Verbunden sind Diese Dinge sind so Dass wir empfinden Dass sie neu von Gott Betont werden Jetzt in unserer Zeit Und Hermann Schneider Und Christian Oehlwein Und Martin werden Diese Einsätze Vor allen Dingen begleiten Werden auch Da wird gebetet Da wird proklamiert Für unser Land Für diese Regionen Wo geblasen wird Und ja Geh einfach mit Schau dir das an Und lerne einfach Wie du das Vielleicht auch Für dich persönlich Als eine Art Berufung Gottes In deinem Leben Entdecken kannst Denn Das Schofa Ist etwas Was im Grunde genommen Lange 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 Vergessen war Verschollen war Weißt du warum? Weil es ist Eine Waffe eigentlich Eine geistliche Waffe Die In direkter Beziehung Zur Endzeit steht Weil das hängt Mit den biblischen Festen Zusammen Und Schofa Blasen steht Für die Wiederkunft Des Herrn Das heißt Jetzt in der jetzigen Zeit Kommt das wieder hoch Und wird das Zu Bewusstsein gelangen Weil man merkt Das ist etwas Was jetzt gilt Das galt nicht vor 100 Jahren Das galt nicht vor 500 Jahren Das gilt jetzt Und deshalb ist das Mit dem Schofa Wirklich eine hochinteressante Sache Also wir finden das grandios Und wir laden einfach Jeden dazu ein Dabeizusein Auch bei unserer Konferenz Im Oktober Anfang Oktober Die wir geplant haben Bald gibt es hier Infos dazu Da werden wir auch Richtig mit Schofa Wieder dabei sein Das gehört einfach dazu Das ist so bei uns Flaggen Wir danken dir Wir danken dir, dass dein Wort ewige Wahrheit ist Wir danken dir, dass du der bist, der von Anfang war, der jetzt ist und der sein wird Du bist unveränderbar Wir danken dir, Jesus, dass du dein Leben für uns gegeben hast Und ich bete für jeden, der nicht in dieser Gewissheit des Glaubens jetzt steht Dass durch diesen Abend Glauben aufsteht Glaubensraum entsteht, der gefüllt wird von dir, Heiliger Geist Dass du dich offenbarst in den Menschenleben von den Zuhörern und Zuschauern, die jetzt hier dabei sind Wir preisen und 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 wir ehren dich Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und wir wollen Ausschau halten nach dem, was du heute Abend für uns geplant hast Mehrere unseren Glauben Mose hat gebetet Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen Herr, wir wollen geöffnete Augen des Glaubens heute Abend haben Ich bete, dass jedes Hindernis aus dem Weg geräumt ist Ich bete, dass du offen bist in deinem Geist für das Wort Gottes Ich bete, dass da wirklich etwas in dir ist, was sich ausstreckt nach der Wahrheit des Wortes Gottes Was einfach diesen Hunger und Durst nach dem Wort Gottes hat Und dass ein lebensverändernder Abend heute in deinem Leben sein wird In Jesu Namen Amen Amen Also wie gesagt, heute unser wichtigster Punkt Anliegen, die uns eingesandt wurden, wofür wir beten werden Abendmahl, aber wir fangen an mit einer richtigen Bibelarbeit Und es wäre gut, wenn du es noch nicht hast, wenn du dir Stift und Zettel dazu holst Denn es gibt einen Haufen Bibelstellen, die es wert sind, sich zu notieren Mal drüber nachzudenken, vielleicht nachzuschlagen Mal nachlesen Also bewaffne dich, gleich geht's los hier Das Thema ist ja herausfordernd, was wir übrigens gerne machen Und zwar der größte Loser aller Zeiten Der größte Loser aller Zeiten Genauer gesagt, der größte Loser von Zeit und Ewigkeit Der größte Loser überhaupt Okay Darüber wollen wir heute nachdenken Gut Zunächst einmal möchte ich etwas sagen, was uns eine Bibelstelle vorausstellen, die wichtig ist Die findest du in 2. Korinther 2, Vers 11 Da heißt es Satan Seine Gedanken sind uns nicht unbekannt Das ist wichtig Satans Gedanken sind uns nicht unbekannt Hast du das gewusst? Für viele Christen, habe ich den Eindruck, ist das ein riesiges Mysterium Sie wissen gar nicht, wie der Feind ist und wie er agiert und was das alles dahinter steckt Es ist irgendwie nur bedrohlich und gefährlich Aber die Bibel sagt, eigentlich ist es uns das, was er so plant und was seine Gedanken sind Ist uns nicht unbekannt Wir wissen, wie er agiert Woher wissen wir das? Weil wir es in der Bibel finden Weil wir das nachlesen können Gut In Offenbarung 12 gibt es eine Bibelstelle, die auch bekannt ist Da heißt es Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird Der den ganzen Erdkreis verführt Geworfen wurde er auf die Erde Und seine Engel wurden mit ihm geworfen So, hier hast du ein interessantes Kombi-Pack von diesen vier Begriffen Drache, Schlange, Teufel, Satan Alles das Gleiche Alles eine Person Der Feind Und du wirst sehen, wenn wir in der Bibel schauen Finden wir eine ganze Fülle von verschiedenen Begriffen Mit denen er benannt wird Satan Da fängt es an, gleich schon in 1. Mose 3 Mit Schlange Er ist die Schlange im Garten Eden Dann wird der Teufel genannt Teufel ist ein deutsches Wort, was von dem Begriff Diabolos kommt Daher kennst du Diabolisch und so weiter Diabolos und Diabolos heißt eigentlich der Dazwischenwerfer Derjenige, der wie so ein Keil dazwischen treibt Das ist eins seiner Hauptgeschäfte Dinge zu entzweien, auseinander zu bringen Das ist eigentlich die Wortbedeutung von Teufel Dann der Versucher Heißt es beispielsweise Matthäus 4, Vers 3 Beelzebub Oder Beelzebub Das heißt, der wird als ein oberster der bösen Geister bezeichnet So findest du es in Matthäus 12, Vers 24 Der Begriff heißt eigentlich Baal-Sebub Baal, das kennst du vom Alten Testament Diese fremde Gottheit Baal-Sebub, der Herr Und Baal-Sebub heißt der Herr der Fliegen Das ist der Begriff Beelzebub Den wir manchmal hören Dann ein unreiner Geist In Matthäus 12, Vers 43 Oder einfach der Böse Matthäus 13, Vers 19 Ein Lügner, ein Mörder von Anfang an Der Vater der Lüge Johannes 8, Vers 44 Oder, und jetzt wird es interessant Der Fürst dieser Welt Der Fürst dieser Welt Johannes 14, Vers 30 Oder der Gott dieser Welt sogar Der Gott dieser Welt In 2. Korinther 4, Vers 4 Der Mächtige, der in der Luft herrscht So lesen wir es in Epheser 2, Vers 2 Der Gewaltige Der Herr dieser Welt Der Herr dieser Welt Der Mächtige Epheser 6, Vers 12 Der Widersacher 1. Petrus 5, Vers 8 Der Verkläger Offenbarung 12, Vers 10 Und viele andere Begriffe Das hier sind Begriffe, die wir alle kennen Weil wir wissen, so ist der Feind Er ist ein Versucher Er ist ein Versucher Er ist unrein Er ist böse Er ist ein Lügner Gleichzeitig ist er mächtig Ja Gewaltig Ein Widersacher Ein Verkläger Und er ist der Fürst Der Welt Der Herr der Welt Und sogar der Gott dieser Welt Wow Das ist sehr interessant Was die Bibel uns allein Mit den Bezeichnungen Die für Satan gelten Schon an Informationen mitgibt Aber wir werden da noch tiefer Einsteigen Zuerst einmal Wo kommt der Typ überhaupt her? Und wer oder was ist das eigentlich? Wer oder was ist das eigentlich? Unser großer Widersacher Unser großer Feind Nun In der Bibel ist es nicht wirklich so Dass du Aussagen findest Wo es heißt Das ist der Feind Und so und so ist das gewesen Sondern es gibt bei den Propheten Aussagen Die von den meisten Bibelinterpreten Gedeutet werden Auf den, wie soll ich mal sagen Werdegang des Feindes Ja Wie es dazu gekommen ist Dass er zum Verkläger wurde Zu Satan wurde Gut und da ist es so Zunächst einmal wird er in diesen prophetischen Worten Als ein ganz herausragendes Wesen bezeichnet Als leuchtend Als hell Als sagenhaft Schön Als Kerub Ein Kerub Ja So und Er ist gefallen Und für ein Wesen Dieser Schönheit Dieser Position Ist es so Dass es eigentlich ist Jetzt ist das gerade so degeneriert Vollkommen minderwertig Ja Und zwar nur aufgrund Seiner Stolz Seiner Übersteigerten Selbstliebe Ist er vollkommen gefallen Das finden wir beispielsweise in Hesekiel So Er war in der unmittelbaren Gegenwart Gottes Er war in seiner Nähe Er war am Throm Gottes Ein Kerub Ja So und Dennoch wurde dort In seinem Innersten irgendetwas geboren Stolz Er schaute auf sich Und er wollte Anbetung haben Anbetung die nur Gott zusteht Ja Gott war auf einmal nicht mehr das absolute Zentrum Der Mittelpunkt Für ihn Sondern Er drehte sich um sich selbst Und dann Dann fing er an Den Willen Gottes in Frage zu stellen Und er wollte Gott gleich werden Die Folge war Rebellion Gut Das ist relativ bekannt Ist aber so Nicht wirklich In der Bibel beschrieben Dass du das lesen kannst Und es steht da Sondern es sind prophetische Aussagen Die wie gesagt In dieser Richtung Zu verstehen sind Da lese ich dir mal Die beiden wichtigsten jetzt vor Die von Bibelauslegern Auf Satan gedeutet werden Und das solltest du dir aufschreiben Jesaja 14 Vers 12 Bis 16 Und Hesekiel 28 Vers 11 Bis 17 Okay Zunächst mal hier die Jesaja Stelle Jesaja 14 Wie bist du vom Himmel gefallen Du Glanzstern Sohn der Morgenröte Wie bist du zu Boden geschmettert Überwältiger der Nationen Und du Du sagtest in deinem Herzen Zum Himmel will ich hinaufsteigen Hoch über den Sternen Gottes Meinen Thron aufrichten Und mich niedersetzen Auf den Versammlungsberg Im äußersten Norden Ich will hinaufsteigen Auf Wolkenhöhen Dem Höchsten Nicht gleich machen Doch in den Scheol Wirst du hinabgestürzt In die tiefste Grube Die dich sehen Betrachten dich Sehen dich genau an Ist das Der Mann Der die Erde Erbeben ließ Königreiche Erschütterte Also das ist wirklich Eine bemerkenswerte Bibelstelle Der Überwältiger der Nationen Der seinen Thron Aufrichtet Seinen eigenen Und den gleichzeitig Gott gleich macht Das ist schon Auf jeden Fall Diabolisch Und das was hier am Ende steht Dass die Leute sich das ansehen Wenn er gefallen ist Und wenn alles offenbar ist Und sagen Was? Der? Der war das? Der Typ? Ja Die Leute werden irritiert sein Wenn sie sehen Wie klein und wie besiegt Er wirklich ist Ja Äh Wenn ihm diese Macht Genommen ist Die er jetzt noch hat Hesekiel 28 heißt es Hier wird der König von Tyrus angesprochen Aber du merkst gleich Das was da gesagt wird Geht auf eine andere Ebene Du warst das vollendetste Siegel Aller Weisheit Und vollkommen an Schönheit Du warst in Eden Dem Garten Gottes Aus Edelsteinen Jeder Art war deine Decke Carneol Topaz Und Jaspis Türkis Onyx Und Nefrit Saphir Rubin Und Smaragd Und aber den Gold Waren deine Ohrringe Und deine Perlen An dir Am Tag Als du Geschaffen Wurdest Wurden sie bereitet Du warst Ein mit ausgebreiteten Flügeln Schimmernder Kerub Und ich hatte dich Dazu gemacht Dazu gemacht Du warst auf Gottes Heiligen Berg Mitten unter Feurigen Steinen Gingst du umher Vollkommen warst du In deinen Wegen Von dem Tag an Als du geschaffen Wurdest Bis Sich Unrecht In Nein An dir fand Durch die Menge Deines Handels Fülltest du dein Inneres Mit Gewalt Und Sündigt Und ich Verstieß dich Vom Berg Gottes Und trieb dich Ins Verderben Du schirmender Kerub Aus der Mitte Der feurigen Steine Dein Herz Wollte hoch hinaus Wegen deiner Schönheit Du hast deine Weisheit Zunichte gemacht Um deines Glanzes Willen Ich Habe dich Zu Boden Geworfen Also Der König von Tyros War jedenfalls Kein Kerub Ja Und Gott spricht Hier zweimal davon Dass Diese Person Ein Kerub ist Ja Von Gott geschaffen Worden ist In der Gegenwart Gottes gewesen ist Hier wird von diesen Feurigen Steinen Berichtet Und das ist wirklich Sehr interessant Und das wird wie gesagt Auf Satan Bezogen Ja Kerub Das findest du Beispielsweise Bei dem Garten Eden Als Adam und Eva Vertrieben worden sind Da war dann da Der Kerub Mit dem flammenden Schwert Der den Weg versperrt hat Oder bei der Bundeslade Die von zwei Kerubim Beschirmt worden Ist Übrigens Nur eine kleine Ergänzung In der Bibel Gibt es nur Eine einzige Bibelstelle Wo von einem Fliegenden Engel Die Rede ist Wir wissen zwar Dass Engel Oft Flügel haben Ja Aber ein Fliegender Engel Gibt es nur Ein einziges Mal In der Bibel Und zwar in Offenbarung 14 Vers 6 Da heißt es Dass ein Engel Geflogen ist Nur so Am Rande Okay Schauen wir uns mal an Was der Feind So alles macht Die Werke Satans Erstens Es ist ganz klar Er Verführt Die Menschen Der ganzen Erde Der Verführer Okay Das ist Kein großes Geheimnis Ich hatte vorhin Die Bibelstelle Vorgelesen Am Anfang Und es wurde Geworfen Der große Drache Die alte Schlange Der Teufel Und Satan Genannt wird Der den ganzen Erdkreis Verführt Er ist derjenige Der verführt Und zwar den ganzen Erdkreis Für alle Verführung Für alles was sich Gegen Gott wendet Ist er Verantwortlich Er ist zuständig Er ist der Verführer Dann Er gibt sich Manchmal Als Engel Gottes aus Als Engel des Lichtes aus Um dann Durch eine ganz Perfide Form von Lügen Die Menschen zu verführen Also er kommt Ganz toll daher Und man denkt Das könnte von Gott sein Aber in Wirklichkeit Ist es der Feind Der Verführer Und da heißt es In 2. Gründer 11 Vers 14 Kein Wunder Denn der Satan selbst Nimmt die Gestalt Eines Engels Des Lichtes an Es ist ja sein Früheres Wesen Er kann das irgendwie Zumindest Äußerlich Irgendwie scheinbar Anlegen Aber hier heißt es ja Interessanterweise Er nimmt die Gestalt Eines Engels Des Lichtes an Das heißt nicht Dass er das Wesen Davon annimmt Es ist nur Eine Verkleidung Als Widersacher Versucht er uns Menschen zu Fall Zu bringen Ja Und wenn wir Wenn Menschen Gefallen sind Dann kommt er sofort Anschließend Mit Anklage Und bringt sie dazu Gott Bei Gott anzuklagen Und so weiter So findest du das Beispielsweise bei Hiob Ja Und es gelingt ihm Tatsächlich Dass Menschen Männer und Frauen Aus dem Volk Gottes Ja Tatsächlich Fallen Und ihm dann Wieder nachfolgen Also aus der Gnade Und aus der Gerechtigkeit Und aus der Errettung Wieder rausfallen Das ist eine Wirklich ernste Botschaft Es ist möglich Sein Heil Zu verlieren Da ist das Neue Testament Sehr klar So ist es Beispielsweise In 1. Timotheus 5 Vers 14 Und 15 Da ist dann An einem Beispiel Von Paulus Festgehalten Gibt auch andere Beispiele In der Bibel Hier sind es Eben Frauen Damals Zu dem damaligen Zeitpunkt Die früh Witwe geworden Sind Ja Und er sagt Ey Diese Frauen Sollen wieder Heiraten Sollen Kinder Gebären Den Haushalt Führen Und damit dem Widersacher Keinen Anlass Zur Schmähung Geben Und jetzt kommt Die entscheidende Stelle Denn schon Haben sich Einige Abgewandt Dem Satan Nach Hey Das waren Damals Leute Die Wirklich Dabei Waren Ja Die in Zeichen Und Wundert Alles erlebt Haben Damals In der Urgemeinde Und trotzdem Sind sie Gefallen Warum Auch immer Die Botschaft Ist sehr ernst Christen Können Fallen Der Feind Kann Christen Wirklich So Einlullen Dass sie Ihr Heil Verlieren Deshalb Ist es Wichtig Dass wir Leben Und Auf den Herrn Fokussiert Sind Und Ihm Nachfolgen Und Wie soll ich mal Immer mit dem Heiligen Geist Connected Sind Der Uns In die Alle Wahrheit Leitet Der Wirklich Unser Führer Ist Es Ist Absolut Notwendig Leute Die Den Heiligen Geist Ablehnen Sind Offen Für Jede Form Von Verführung Denn Wenn Wenn Der Der Er Er Der Wahrheit Leitet Wenn Er Ablehnst Dann Öffnest Du Dich Für Die 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 In lüge Leiten Ganz Einfach Deshalb Wenn Leute Die Vermeintlich Christen Sind Sich Ganz Scharf Gegen Den Heiligen Geist Stellen Dann Ist Da Wirklich Etwas Übles Im Spiel Dann Natürlich Ist Völlig Klar Der Feind Er Bindet Menschen Er Fesselt Menschen Er Bringt Menschen In Gefangenschaft Ja Und Die Können Ganz Unterschiedlich Seien Ganz Unterschiedlich Ja Wir Alle Wissen Doch Wo Menschen In Irgendwelchen Problemen Hängen Schwierigkeiten Hängen Süchten Hängen In Was Auch Immer Gefangen sind Nicht Nur Die Menschen Der Welt Die Sowieso Aber Eben Auch Tragischerweise Männer Und Frauen Aus Dem Volk Gottes Und Da Finden Wir Beispielsweise In Lukas 13 Vers 16 Eine Interessante Aussage Von Jesus Ja Und Zwar Geht Es Da Um Eine Frau Die Litt Unter Schwäche Ja Die War Zusammen Gekrümmt Die Konnte Sich Nicht Aufrichten Und Wir Wird Verkrüppelt So Und Diese Frau Hat Jesus Geheilt Und Dann Heißt Es Dass Jesus Sagt Diese Aber Die Eine Tochter Abrahams Ist Also Zum Volk Gehört Ja Die Der Satan Gebunden Hat Siehe 18 Jahre Lang Obwohl Die Zum Volk Gottes Gehörte Damals Zum Volk Israel War Es Eine Frau Tochter Abrahams Gebunden Gebunden Vom Feind Gebunden 18 Jahre Jesus Tut Diese Zusammengekrümmte Frau Die Den Geist Der Schwäche Hat Da Sagt Er Das Ist Ein Werk Des Teufels Das Ist Von Satan Gebunden Weißt Du Was Krankheiten sind Vom Feind Krankheiten Sind Von Satan Wir Glauben Bei Uns Alle Krankheit Die Ursache Aller Krankheit Ist Vom Teufel Es Gibt Ja Leute Die Behaupten Krankheit Wäre Von Gott Und Ziehen Irgendwelche Bibelstellen Aus dem Alten Testament Dazu Heran Ich Weiß Nicht Das Ist Ein Gottes Bild Versus Nicht Unseres Wie Wir Gott Kennengelernt Haben Wie Wir Wissen Wie Er Ist Was Er Gegeben Hat Was Er Alles Für Uns Geschenkt Hat Was Er Für Uns Bereitet Hat Er Hat Sich Hingegeben Für Uns Und Dann Schickt Er Uns Krankheit Oder Was Das Passt Nicht Um Uns Demütig Zu machen Geduldig Zu machen Gott hat Andere Möglichkeiten Uns Das Beizubringen Als Irgendwelche Boshaften Krankheiten zu Schicken Das Ist So Eine perfide Lehre Dass Christen Die Im Nehmen Und Sagen Ja Das Habe Ich Jetzt Vom Herrn Bekommen Das Erdulde Ich Jetzt Das Ist Ganz Abstrus Und Das Finden Wir Eine Interessante Bibelstelle In Apostelschichte 10 Vers 38 Die Uns Klar Machen Dass Krankheiten Etwas Sind Was Der Feind Nutzt Um Uns Zu Überwältigen Um Uns Zu Vergewaltigen Deine Gewalt Aufzuzwingen Ja Die Er In Bosheit Einfach Gegen Uns Einsetzt Da Heißt Es In Apostelschichte 10 Vers 38 Jesus Von Nazareth Wie Gott Ihn Mit Heiligen Geist Und Mit Kraft Gesalbt Hat Der Umherging Und Wohltat Und Alle Benimmt jemand Stift Und Da Streich Alle Alle Heilte Die Vom Teufel Überwältigt Waren Denn Gott War Mit Er Heilte Diejenigen Die Vom Teufel Überwältigt Waren Und Der Heilte Alle So Weißt du Diese Bibelstelle Wurde Einmal Zu Einem Rema Wort Für Einen Der Mächtigsten Männer Gottes Die Es Jemals Gegeben Hat John G Lake Das War Der Der Die Healing Rooms Gegründet Hat John G Lake Vor Über 100 Jahren Der Hatte So Eine Story Von Krankheit Und Not In seiner Familie Und seiner Verwandtschaft Er Hat gesagt Über Jahre Haben Sie Irgendwann War Seine Frau dran Tod Krank Lag Im Sterben Und Er Hat Gebetet Und gemacht Und Die Leute Die Zu ihm Kamen Von der Gemeinde Haben immer Nur gesagt Das ist Der Wille Gottes Du musst Dich Da Jesus Jesus von Nazareth Wie Gott ihn Mit Heiligen Geist Und Kraft Gesandt Hat Der Umherging Und Wohltat Und Alle Heilte Die Vom Teufel Überwältigt Waren In Gott Vam Mit Da Dämmerte Ihm Moment Mal Heilung Ist Etwas Weil Der Teufel Die Menschen Überwältigt Hat Und Jesus ist gekommen Um Alle Zu Heilen Die In dieser Situation Stecken Das hat Seien Dienst Begründet Er Fing An In einer Anderen Weise Zu Beten Seine Frau War Innerhalb Kürzester Zeit Komplett Geheilt Die War Auf dem Sterbebett Und Nach Gebet Hat Sie Die Decke Weggeschlagen Ist Aufgestanden Und Hat Gott Verdank Ich Bin Geheilt Und Waren Jahrelang Im Dienst Und Später Hat Er In USA Diese Healing Rooms Gegründet Und Wahrscheinlich Millionen Viele Hunderttausende Von Heilung Sind Aufgrund Des Dienstes Von John G. Lake Dann Geschehen Und Diese Bibelstelle Hat ihm Klagemacht Heilung Ist Von Gott Und Krankheit Ist Vom Teufel Punkt Und Jede Theologie Die Irgendwas Anderes Erzählt Nach Meinen Persönlichen Dafürhalten Ist Eine Beleidigung Gottes Gut Dann Ist Es So Dass Satan Natürlich Auf Der Erde Seine Pläne Umsetzen Will Seine Absichten Umsetzen Will Ja Seinen Willen Durchsetzen Will Und Das Geschieht Durch Menschen Er Kann Sich Einfach So Tun Denn Die Herrschaft Über Die Erde Hat Gott Den Menschen Gegeben Und Der Mensch Ist Schon Noch In Verantwortung Ja Aber Er Kann Den Mensch Beeinflussen Er Kann ihn Manipulieren Er Kann ihn Irgendwie Kontrollieren Und Dinge bewirken Dass Der Mensch Das Tut Was Er Möchte Und Das Ist Etwas Was Eben Dazu Kommt Dass Er Menschen Gefangen Hat Und Die Entsprechend Missbraucht Oder Leute Die Sich Freiwillig Dazu Zu Verfügung Stellen Einfach Aus dem Okkulten Oder Satanischen Umfeld Ja Die Das Machen Möchten Um Macht Oder Was Weiß Ich Was Bekommen Und Ja Die Dann Einfach Das Tun Was Die Pläne Des Feindes Sind Und Da Lesen Wir In 2. Timotheus 2 Vers 26 Dass Sie Wieder Aus dem Fallstrick Des Teufels Heraus Nüchtern Werden Nachdem Sie Und Jetzt kommt Von ihm Gefangen worden Sind Für Seinen Willen Also Der Feind Nimmt Menschen Gefangen Um Seinen Willen Durchzuführen Das Heißt Wenn Menschen Den Willen Des Feindes Tun Dann Sind Das Nichts Anderes Als Arme Gefangene Bedauernswerte Geschöpfe Mögen Sie Noch So Mächtig Sein Mögen Sie Noch In Deut Position Sein Mögen Sie Die ganze Welt Gewinnen Ja Wer Die ganze Welt Gewinnt Und Schaden An Seine Nehmt Ist Ewige Gottesferne Auf Einen Menschen Wartet Entsetzlich Ja So Der Feind Will Also Menschen Zwingen Seinen Willen Zu Tun Oder Menschen Bieten Sich Ihm Freiwillig An In Seine Dienste Zu Treten Gegen Irgendwelche Benefits Um Dann Seinen Willen Zu Tun Und Das sind Einfach Die Werkzeuge Die Er Gebraucht Um Auf der Erde Böses Umzusetzen Böse Pläne Niederträchtige Pläne Übles Ja Um Die Menschen Zu Unterjochen Um Kriege In die Wege Leicht Zu Weiten Und So weiter Und So weiter Ein Anderer Punkt Ich Hat Schon Mal Angesprochen Ist Ja Dass Er Natürlich Ein Versucher Ist Ja Gerade In Zeiten Von Schwäche Gerade Wenn Man Bedrängt Ist Gerade Wenn Man Schwach Ist Dann Kommt Er Mit Seinen Attacken Gegen Und Die Bibel Sagt Die Hauptattacke Seine Hauptwaffe Sind Feurige Pfeile Die Er Nutzt Und Feurige Pfeile Damit Meint Die Bibel Gedanken Gedanken Die Einfach So Angeflogen Kommen Gedanken Die Plötzlich Da Sind Überhaupt Du Hast Vorher Keine Sekunde Daran Gedacht Und Auf Einmal Ist Da Irgendwas Das Kennen Viele Viele Leute Die Sagen Ich Denke An Gar Nichts Und Auf Einmal Kommt Der Impuls Spring Out Of The Blue Das Sind Diese Feurigen Pfeile Die Vom Feind Kommen Die Werden Bei der In Epheser 6 Bei der Waffenrüstung Angesprochen Kommen Wir Gleich Noch Dazu Aber Wir Wissen Dass Selbst Jesus Als er In der Wüste War Markus 1 Vers 13 Versucht worden Ist Der Satan Kam Und Versuchte ihn Dazu sage ich Ich Ja Auch Noch Was Insbesondere Auf Sexuellem Gebiet Ist Er Natürlich Insbesondere Um ihn Zu Zerstören Da Können Wir Was Beispiel Lesen In 1. Korinther 7 Vers 5 Alles Irdische Fleischliche Menschliche Sinnen Ist Häufig Oder Vielleicht Sogar Immer Vom Teufel Verunreinigt Ja Wenn Menschen Sich Auf Sich Sehen Sich Um Sich Drehen Anstatt Auf Gott Zu Schauen Ja Es Ist Letztlich Sogar Immer Ein Werk Des Satans Das Finden Wir Matthäus 16 Vers 23 Wo Jesus Petrus Ich sag mal Anschnauzt Ja Wo er Sagt Geh hinter Mich Satan Er Spricht Petrus Sein Petrus Ja Einen Der Engsten Jünger Spricht An Mit Was Du Gerade Hier Sagt Es Satan Mäßig Ja Er Nennt Ihn Satan Geh hinter Mich Satan Du Bist Mir Ein Ärgernis Denn Du Sinns Nicht Auf Das Was Gottes Sondern Auf Das Was Des Menschen Ist Hey Das Musstet Dir mal Überlegen Was Hier Jesus Sagt Er Sagt Du Du Sinns Nicht Auf Das Was Gottes Ist Jetzt Müsstest Du Denken Sondern Auf Das Was Des Teufels Ist Das Sagt Jesus Aber Gar Nicht Jesus Sagt Sondern Auf Das Was Des Menschen Ist Er Sagt Also Hier Deine Menschliche Sichtweise In Dieser Situation Weil Es Keine Geistliche Sicht Weise Ist Sondern Weil sie Irdisch Und Fleischlich Ist Ist vom Satan Also Es Denn Wie oft Sind Wir Alle Versucht Uns Mit Diesen Irdischen Gesichtspunkten Und Denkweisen Und Sichtweisen Zu Beschäftigen Wie Oft Sind Wir Alle Versucht Uns Von den Informationen Der Welt So Beeinflussen zu Lassen Wie Oft Sind Wir Versucht In Angst zu Gehen In Sorge zu Gehen Und So weiter Ich Glaube Nicht Dass Das dem Herrn Wohlgefällig Ist Ja Mancher Der So Denkt Wie Die Welt Denkt Ist Den Herrn Vielleicht Auch Ein Ärgernis Und Er Sagt Mensch Ab Nach Hinten Ja Du Sinnst Auf Das Was Des Menschen Ist Und Wir Sind Auf Gefordert Auf Das zu Sinn Was Gottes ist Gottes Sichtweise Zu Haben Gottes Perspektive Zu Haben Gut Dann Natürlich Attackiert Er Uns Ein Geist Körper Seele Und Da Gibt Es Eine Sehr Bekannte Bibelstelle Zweiter Korinther 12 Vers 7 Und Diese Bibelstelle Ich weiß nicht Wie viele Zehntausend Von Predigten Es Über Diese Bibelstelle Gibt Ja Ich lese Mal Vor Paulus Schreibt Darum Damit Ich Mich Nicht Überhebe Wurde Mir Ein Dorn Für Das Fleisch Gegeben Ein Engel Satans Dass Er Mich Mit Fäusten Schlage Damit Ich Mich Nicht Überhebe Und Über Diesen Engel Satans Der Mit Fäusten Paulus Maltritiert Wie Auch Immer Körperlich Oder Seelisch Oder Wie Auch Immer Ja Da Gibt Es Die Verschiedensten Auslegungen Was Das Ist Das Reicht Also Von Krankheiten Oder Epilepsie Oder Irgendwelche Anfälle Bis Zu Tatsächlichen Realen Gegnern Also Menschen Die Ihm Widerstanden Haben Oder Whatever Weißt Du Was Alles Spekulation Die Bibel Sagt Es Nicht Weil Gott Will Nicht Dass Irgendwas Gesagt Wird Es Ist Einfach Die Nachricht Es Gibt Ja Ein Engel Satans Der Ihn Mal Trätiert In Welcher Weise Auch Immer Ich Könnte Mir Gut Vorstellen Dass Das Eine Geistliche Attacke War Ja Aber Die Bibel Sagt Es Nicht Der Punkt Ist Obwohl Er So Im Dienst War Obwohl Er Ein Mächtiger Mann Gottes War Obwohl Er Vorwärts Gegangen Ist Und Alles Mit dem Herrn Richtig gemacht Oder Fast Alles Hat Er Diese Attacken In Sein Persönlichen Leben Er Wird Attackiert Es Ist Nicht So Dass Du Wenn Du Denkst Okay Ich Bin Super Mit dem Herrn Unterwegs Und Alles Ich Sitzen Nein Das Ist Nicht Die Absicht Des Herrn Denn Wir Sollen Den Feind Besiegen Wenn Er Uns Attackiert Ihm Widerstehen Aber Selbst Paulus Hatte Das Problem Oder Diese Attacken Mit Den Er Umgehen Musste Ja Und Mag Krankheit Sein Oder Was Auch Immer Ist Eigentlich Egal Wichtig Ist Der Punkt Dass Wir Wissen Es Gibt Attacken Des Feindes Und Wir Müssen Lernen Sie Eine Andere Bibelstelle Die Wir Bei Paulus Finden Ist In 1. Thessalonicher 2 Vers 18 Und Die Sagt Uns Wiederum Dass Satan Natürlich Versucht Die Ausbreitung Des Reiches Gottes Zu Verhindern Logisch Er Will Sein Reich Bauen Das Reich Der Welt Bauen Und Das Reich Gottes Ist Der Riesige Kontrahent Und Das gelingt Im Teilweise Mit Erfolg Die Ausbreitung Des Reiches Gottes Zu Verlangsamen Oder zu Stoppen Und Da Lesen Wir In dieser Bibelstelle Deshalb Wollten Wir Zu Euch Kommen Ich Paulus Nicht Nur Einmal Sondern Zweimal Und Der Satan Hat Uns Gehindert Es Gab Diese Blockade Es Gab Die Behinderung Ja Es Ging Nicht Durch So Wie Gedacht Und Es Gibt Eben Auch Die Situation Dass Menschen Da Sind Die Gottes Absichten Eben Durch Das Werk Des Feindes Einfach Durch Ihren Arbeit Durch Ihr Sein Verhindern Wollen Und In der List In der Bosheit Des Feindes Missbraucht Werden Von ihm Und Vorwärts Gehen Als Seine Werkzeuge Den Werkzeuge Des Feindes Und Da Sagt Die Bibel Erstaunlich Viel Zu Ja So finden Wir In Apostel Geschichte 13 Vers 10 Beispiel Oh Du Voll Aller List Und Aller Bosheit Sohn Des Teufels Feind Aller Gerechtigkeit Willst Du Nicht Aufhören Die Geraden Wege Des Herrn Zu Verkehren Scharfe Ansage Von einem Apostel Gegen Jemand Der Eben Von Der Anderen Seite War Sohn Des Teufels Wird Hier Jemand Angesprochen Du Gehörst Zum Feind Du Gehörst Zu Seinem System Du Bist Ein Sohn Des Teufels Finde Ich Ja Und Das Ist Etwas Wo Der Apostel Damals Wusste Der Ist Von Anderen Seite Und Der Wird Konfrontiert Und Das Beste Was Passieren Kann Denn Wenn Er Konfrontiert Wird Kann Die Person Gerettet Werden Kann Merken Es Ist Jemand Da Der Stärker Ist Ja Es Ist Nicht Der Sinn Der Sache Alle Die Sohn des Teufels Sind Einfach Wirken Zulassen Sagen Okay Ich Nichts Mit Zu Tun Haben Ziemlich Zurück Das Ist Nicht Die Lösung Sondern Konfrontation In Der Autorität Und In Der Kraft Die Uns Gegeben Ist Wo Immer Menschen Das Evangelium Ablehnen Ist Es Letztlich Ein Wirken Des Feindes Ist Seine Wirkungsweise Dahinter Das Finden Wir Bei Matthäus 13 Vers 19 So Oft So Oft Wichtiges Wort So Oft Jemand Das Wort Vom Reich Hört Und Nicht Versteht Kommt Der Böse Und Reißt Weg Was In Sein Herz Gesät War Ja Wenn Jemand Das Evangelium Hört Und Nicht Annimmt Der Feind Ist Sofort Da Und Nimmt Weg Ja Das Ist Diese Sache Mit dem Vierfacher Nacker Feld Der Feind Ist Sofort Da Und Raubt Es Ja Weil Er Weiß Wenn Das In dem Herzen des Menschen Der Person Keimt Und Wurzeln Schlägt Dann Kann Etwas Hervor Wachsen Und Das Will Er Nicht Ja Er Will Nicht Dass Frucht Kommt Sondern Er Will Es Weg Reißen So Oft So Oft Jemand Das Hört Ja Ist Der Feind Da Und Versucht Es Weg Zunehmen Was Ins Herz Gesät War Letztlich Können Wir Sagen Dass Die Ursache Allen Unglaubens Ein Werk Des Feindes Ist So Finden Wir In Lukas 8 Vers 12 Und Da Geht Es Um Das Vierfache Acker Feld Die Aber An dem Weg Sind Ja Die Welche Hören Dann Kommt Der Teufel Und Nimmt Das Wort Von Ihren Herzen Weg Damit Sie Nicht Glauben Und Errettet Werden Gleiches Thema Damit Sie Nicht Glauben Und Errettet Werden Der Teufel Kommt Und Raubt Das Wort Raubt Das Was Diese Menschen Erlösen Kann Retten Kann Es Ist Die Absicht Des Feindes Dass Niemand Gerettet Wird Aber Gott Sagt Er Will Dass Alle Menschen Errettet Werden Und Zur Erkenntnis Der Wahrheit Kommt Und Da Hast Du Einfach Diesen Konflikt Du Hast Diesen Kampf Du Hast Diese Licht Dunkelheit Situation Gut Böse Die Aufeinander Prallen Satan Wirkt Um Menschen Zu Verblenden Teilweise Große Dinge Er Zu Teilweise Zeichen Und Wunder Initiieren Denk mal An Den Auszug Aus Ägypten Vorher Wo Mose Da Den Pharao Konfrontiert Hat Und Der Hat Dann Seine Beiden Hof Magier Da Hab Das Neue Testament Nennt Diese Beiden Mit Jannes Und Jambres Jannes Und Jambres So Und Diese Beiden Hexer Die Waren Durchaus In der Lage Mächtige Taten Zu Tun Aber Es War Trotzdem Ein Werk Der Lüge Und Es War Trotzdem Etwas Was Nicht Die Wahrheit War Ja Und Da Finden Wir In 2. Thessalonicher 2 Vers 9 Eine Aussage Die Sich Auf Den Antichristen Bezieht Der wird An der Stelle Der Gesetzlose genannt Und Da heißt Es Ihn Dessen Ankunft Gemäß Der Wirksamkeit Des Satans Erfolgt Mit Jeder Macht Tat Und Mit Zeichen Und Wundern Der Lüge Mit Macht Tat Zeichen Und Wunder Der Lüge Also Nur Weil Irgendwo Was Übernatürliches Passiert Heißt Das Noch Lange Nicht Dass Das Von Gott Ist Das Ist In Der Esoterik Mit Irgendwelchen Komischen Geisteilern Und Sonst Was Licht Arbeitern Und Was Es Da Alles Gibt Vorsicht Heilung Gibt Es Auch Im Okkultismus Heilung Gibt Es Auch Bei Sachen Wo Wir Wissen Das Ist Absolut Böse Was Nützt Es Einem Menschen Wenn Er Am Körper Geheilt Wird Und Dann In Ewigkeit verloren Ist Das Ist Fürchterlich Zeichen Und Wunder Der Lüge Die Gibt Es Vorsicht Dann Natürlich Ist Vollkommen Klar Satan Widersteht Gott Er Widersteht Seinen Engeln Da Gibt Es Die Bekannte Story In Daniel Daniel 10 Vers 12 Bis 21 Eine Sehr Zentrale Stelle Im Buch Daniel Da Können Wir Daraus Sehen Wie Satan Versucht Gebetserhöhung Zu Blockieren Gebetserhöhung Zu Verzögern Zu Nicht Durchkommen Zu Lassen Er Hat Sein Reich Strategisch Aufgebaut Mit Irgendwelchen Dämonischen Mächten Gewalten Engeln Dämonen Geistern Was auch Immer Ja Und Eben Da Sehen Wir Dass Die Auch Über Bereiche Länder Nation Herrschaften Eben Gesetz Sitt Aber Selbst Im Alten Testament Zu Zeit Daniel Konnte Dem Anhaltenden Gebet Konnte Das Nicht Widerstehen Diese Mächte Und Letztlich Letztlich Mussten Sie Freiraum Geben Und Das Was Gott Zugesagt Hat Brach Durch Umso Mehr Heute Im Neuen Bund Wo Wir Wissen Dass Die Macht Satan Unter Den Füßen Des Leibes Christi Ist Ich lese Euch Das Mal Vor Daniel 10 Und Er Sprach Zu mir Daniel Er Er Sprach Zu mir Fürchte Dich Nicht Daniel Denn Vom Ersten Tag An Als Du Dein Herz Darauf Gerichtet Hast Verständnis Zu Erlangen Und Dich Vor Deinem Gott Zu Demütigen Sind Deine Worte Erhört Worden Oha Vom Ersten Tag An Als Er Angefangen Zu Beten Wurde Er Erhört Ich glaube Dass das Immer Für Uns Auch Gilt Wir Beten Und Ich Glaube Der Herr Erhört Und Dann Kommt Ein Problem Eine Verzögerung Eine Blockade Ein Delay Ja Hier Geht's Weiter Und Um Deiner Worte Willen Bin Ich Gekommen Aber Der Fürst Also Eine Dämonische Kraft Der Fürst des Königreich Persien Stand Mir 21 Tage Entgegen Und Siehe Michael Also Einer Der Erzengel Michael Einer Der Ersten Fürsten Kam Um Mir Zu Helfen Und Ich Wurde Dort Entbehrlich Bei Den Königen Von Persien Um Zu Daniel Zu Kommen Nun Aber Kehre Ich Zurück Um Gegen Den Fürst Von Persien Zu Kämpfen Und Wenn Ich Mit ihm Fertig Geworden Bin Schön Formuliert Wenn Ich Mit Dem Fertig Bin Siehe Dann Wird Der Fürst Von Griechenland Kommen Und Es Gibt Keinen Einzigen Der Mir Gegen Jene Mutig Beist Als Michael Euer Fürst Also Der Fürst des Volkes Israel Das ist Eine Bibelstelle Bei Daniel Die Uns Zeigt Dass Der Feind Alles Versucht Zu Blockieren Was Einfach Eine Segnung Gottes Ist Eine Gebetserhöhung Und Vielleicht Ist Das In Deinem Leben Schon Passiert Dass Ich Hab Den Eindruck Ich Hab Gebetet Und Ich Hab Den Eindruck Es Ist Durch Ich Hab Den Eindruck Ich Hab Es Vom Herrn Bekommen Ich Hab Den Eindruck Es Da Und Es Manifestiert Sich Nicht Es Kommt Nicht Durch Im Geist Merke Ich Eigentlich Ist Alles Geregelt Ich Brauche Nicht Weiter Beten Ich Kann Den Herrn Preisen Aber Es Ist Nicht Da Dann Ist Da Häufig Einfach Diese Dämonischen Blockaden Der Feind Versucht Das Was Der Herr Für Dich Hat Irgendwie Zu Blockieren Irgendwie Nicht Durchkommen Zu Lassen Warum Auch Immer Und Mit Welchen Machenschaften Auch Immer Es Ist Ein Geistlicher Kampf Ein Kampf In Der Himmels Welt Wie Wir Hier Gesehen Haben Und Da sind Mächte Und Kräfte Die Wollen Nicht Dass Das Durchbricht Was Der Herr Für Dich Hat Die Wollen Nicht Dass Das Durchbricht Was Der Herr Für Deutschland Hat Für Österreich Hat Für Die Schweiz Hat Oder Für Jedes Land Auf der Welt Hat Die Versuchen Alles Was Gut Ist Und Was Von Gott Ist Zu Verhindern Ein Punkt Der Auch Leider In Manchen Christlichen Kreisen Verbreitet Ist Geschwätz Gerede Schmähungen Ratsch Und da Ist Die Bibel Auch Nicht Gerade Lustig Ja Weil Sie Sagt Der Feind Kann Darüber Leute Zu Fall bringen 1. Timotheus 3 Vers 7 Da heißt es Damit Er Nicht In Übles Gerede Und In den Fallstrick Des Teufels Gerät Dieses Gerede Dieses Üble Reden Bei Luther Hieß es Das After Reden Ja Das Ist Ein Fallstrick Des Teufels Es Bringt Dich In Den Fallstrick Des Teufels In Deiner Falle Sei Vorsichtig Wenn du In der Falle Des Teufels Hängst Hast ein Problem Und Diese Sache Mit dem Üblen Gerede Ist Etwas Was Ich Dahin Bringt Also Klatsch Und Tratsch Und Üble Nachrede Oder Für Mich Auch Denunzieren Ist Etwas Was Ein Ganz Mieser Fallstrick Des Feindes Ist Wir Wissen Dass Der Feind Menschen Im Grunde Genommen In Geistlicher Blindheit Halten Will Ja Damit Sie Wie Vorhin Schon Bei dem Vierfachen Ackerfeld Nicht Durchbrechen Das Nicht Verstehen Ja Im Unglauben Bleiben Nicht Durchbrechen Zum Evangelium Nicht Wirklich Sich Bekehren Können In Zweiter Korinther 4 Vers 4 Heißt Es Den Ungläubigen Bei denen Der Gott Dieser Welt Der Gott Dieser Welt Ein Name Satans Den Sinn Verblendet Hat Den Sinn Verblendet Hat Also Da sind Menschen Die Nicht Glauben Sind Die Sie sind Verblendet In ihrem Sinn Durch Die Machenschaften Des Feindes So Damit Sie den Lichtglanz des Evangeliums Von der Herrlichkeit des Christus Nicht Sehen Sie Sie Sehen Das Licht Nicht Sie Sehen Das Wirken des Herr Nicht Sie Sehen Die Möglichkeit Zur Errettung Nicht Warum Weil ihr Sinn Verblendet Ist Und Ich Garantiere dir Wenn du nachdenkst Dass du Leute Kennst Die so einen Sinn haben Ja Die Irgendwas sich zusammengereimt haben Und Nicht Offen Sind Für das Evangelium Manche Leute liegen im Sterben Und Weigern sich ihre Rettung anzunehmen Die immer noch da ist Ja Es ist so fürchterlich Weil der Feind ihn den Sinn verblendet hat Und dann ein Punkt Er ist der Verkläger Er ist der Verkläger Er verklagt die Söhne und Töchter Gottes Er verklagt sie Kannst dir vielleicht so vorstellen wie ein Staatsanwalt der so in der himmlischen Dimension vor dem Richter ist Und der anklagt und sagt hier das 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 Ja Der Richter muss eine Entscheidung treffen Auf der einen Seite versucht er den Menschen in Sünde zu verstricken Und so wie das passiert ist kommt er sofort zu Gott und konfrontiert ihn mit Anklage Anklage Ja Offenbarung 12 Vers 10 sagt dass das ein Ende haben wird Da lesen wir hinab geworden ist der Verkläger unserer Brüder der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte Es kommt ein Zeitpunkt wo das aufhört Wo dieses ständige kontinuierliche Anklagen dieses Verklagen vor Gott wie so eine Gerichtssache Ja wo das einmal zum Ende kommt Der Feind versucht uns zu Fall zu bringen durch religiöse Lehre Ja durch irgendwelche Lehre von dämonisch die dämonisch infiltriert sind und das ist etwas was wir momentan wirklich erleben was wir wirklich sehen können da heißt es in 1. Timotheus 4 Vers 1 Der Geist aber sagt ausdrücklich dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten also Lehren die dämonisch infiltriert sind Dinge die dämonisch beeinflusst sind wo es nicht wirklich aus dem Geist Gottes heraus geboren ist wo irgendwelche Dinge dazugekommen sind Sonderlehren komische Sachen die sich mit der Bibel nicht decken für mich sind das beispielsweise Dinge wenn jemand sagt Gott verändert sich wo wir doch wissen Gott verändert sich niemals es immer der gleiche ist ja sein Name die sagen ja zu manchen Zeiten hat er so gehandelt und dann wieder anders und dann wieder nochmal anders so ambivalent weißt du ich glaube das nicht ich glaube es absolut verlässlich was Gott sagt und dass das was ist ja und wenn er damals dem Missionsbefehl gegeben hat gilt er genauso heute und wenn er damals gesagt hat halt krank dann gilt das heute und wenn er damals gesagt hat treibt dämonen aus gilt das heute ja und es gibt Leute die sagen das war nur damals und heute nicht mehr das halte ich für sehr gefährlich ja und es so dass manche Leute sogar vom Glauben abfallen werden weil irgendwelche komischen Sachen da reinkommen irgendwelche sektierischen Sachen und so wir müssen aufpassen und da ist eben der Punkt dass wir alles am Wort prüfen können an der Bibel die ist unser Maßstab und die ist unsere Richtung aber bitte richtig prüfen und nicht nur ein paar Rosinen rauspicken die einem gefallen sondern ich nehme das wirklich weißt du so wenige Christen lesen wirklich die Bibel lese sie doch mal durch als wir auf der Bibelschule waren hieß es nichts wird deine Theologie mehr erschüttern als ein ganz einfaches Bibelstudio einfach mal lesen nimm dir doch mal Zeit und lese einfach mal das Neue Testament im Rutsch durch ja mal zwei drei Tage Zeit und du liest es einfach mal durch es lohnt sich und dann werden einem manche Sachen auch klar ja und nicht nur losungsmäßig irgendwelche Rosinchen rauspicken sondern mal das gesamte Bild bekommen wenn du einem Neubekehrten der keine Ahnung von irgendwelchen christlichen Sonderlehren oder sonst was hast das Neue Testament gibt und sagt lese dir das mal durch und dann beantwortest du mir die Frage ob Jesus heute noch heilt weißt du was in 100% der Fälle sagt natürlich heilt Jesus noch man musste eine monströse Theologie entwickeln um irgendwie zu erklären dass das heute nicht mehr der Fall sein könnte nicht wahr das sind Sachen wo ich sage ganz groß vorsichtig sein so und dann haben wir hier noch die Aussage Satan ist der Herr des ganzen Weltsystems ja so der Herr der Welt der Fürst der Welt der Gott der Welt ne und so heißt es in 1. Johannes 5 Vers 18 und 19 wir wissen dass jeder der aus Gott geboren ist nicht sündigt sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der böse tastet ihn nicht an wir wissen dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen die ganze Welt liegt im Bösen das ist etwas was wirklich wichtig ist die ganze Welt ist in der Hand des Bösen er ist der Herr dieses Weltsystems und ich sag dir eins wir dürfen unsere Informationen nicht nur aus diesem Weltsystem bekommen wenn die Welt im Bösen liegt wenn der Feind der Herr der Welt ist auf die du dich als Kind Gottes verlässt nur aus der Welt hast ein Problem die Welt was sie dir erzählt ist das eine und ich sag dir was die Informationen sind nicht verlässlich die Nachrichten sind nicht verlässlich was ist das Wort Gottes und deshalb ist das prophetische Wort so wichtig dass wir wissen was sagt Gott denn jetzt nicht was sagt der oder der oder jemand and and sondern was sagt Gott das ist es was für uns absolut wichtig sein sollte gut damit komme ich zum Ende von dem Punkt und jetzt möchte ich einfach zwei Beispiele bringen über seine Taktiken seine Vorgehensweise wie er arbeitet so und da haben wir beispielsweise natürlich als grandioses Beispiel überhaupt den Sündenfall den Sündenfall wir wissen Satan hat sich hier hinter der Schlange verborgen und dann hat er Halbwahrheiten und Lügen in die Gedanken von Eva gestreut weißt du eigentlich hat er nicht viel gesagt aber das was er gesagt hat war so durchtrieben so eine Falle dass sie die gesamte Existenz dieser Person und ihrer Ehe und letztlich der ganzen Menschheit beeinflusst hat ja es war nicht viel und dennoch war es zerstörerisch weil sie ihm geglaubt hat ja durch hat er Zweifel an der Rechenschaft Gottes gegeben an der Rechtschaffenheit Gottes Rechtschaffenheit Gottes gegeben ja dürft ihr gar nichts hat er alles verboten was ist das für einer ja einfach so und Eva ist drauf reingefallen es kam zur Verwirrung es kam zur Verdrehung und dann Vers 4 bis 5 ja hat er direkt Gott widersprochen und hat gesagt ihr werdet nicht sterben keinesfalls werdet ihr sterben eine glatte Lüge mit furchtbaren Folgen letztlich hat er gesagt ihr werdet durch den Ungehorsam Gott gleich sein aha das war sein Wesen das war wie er war seine Rebellion das ist das was seinem eigenen Charakter entspricht ja seinen Absichten er hat dem Menschen angeboten geh den gleichen Weg den ich gehe ja handel gegen Gottes Gebot und der Mensch ist drauf reingefallen das war der Sündenfall weißt du was auch heute suchen viele Menschen das Gute außerhalb des Willens Gottes das ist genau die gleiche Falle das interessante hier ist auch dass Eva ja nicht böse war sie war ja nicht irgendwie durchtrieben oder irgendwie was sondern es war eine Falle in die sie mehr oder weniger unbedacht ich will nicht ja eigentlich naiv hineingegangen ist sie hat auf das Falsche gehört sie hat das Falsche geglaubt und ist da reingegangen der Mensch glaubte der Lüge anstatt Gott zu glauben und eine andere Taktik Satans finden wir finden manche wir finden sie bei Hiob ja wir finden sie bei David der attackiert worden ist wir finden sie auch bei dem hohen Priester Joshua das finden wir im Propheten Zacharja aber hier jetzt vor allen Dingen natürlich Taktik Satans als er Jesus versucht hat Jesus war eine Wüste und der Feind hat ihn versucht Satans Ziel war die Anbetung die Jesus Zustand selbst zu bekommen das war sein Ziel ja und er hat nicht mit plumpen Lügen agiert nicht mit irgendwelchen albernen Verlockungen oder irgendwelcher Konfrontation er wusste das hier muss ich wirklich schlau einfädeln und ich glaube er hat lange daran gearbeitet und die Versuchungen die uns überliefert sind sind viel viel raffinierter als man beim ersten Lesen vielleicht denken könnte es waren raffinierte Versuchungen die alle in eine Richtung gingen tu selbst was nutze deine Kraft tu doch das was naheliegend ist wart nicht bis Gott dir was sagt tu was Gott wird schon mit dir sein so und da kam zunächst einmal die Versuchung im körperlichen Bereich also wenn du das nachlesen willst wir finden das in 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 keine Ahnung hab die Bibelstelle hier leider nicht aufgeschrieben aber ja also in der Versuchung in der Wüste da war zuerst mal der Bereich wo Satan Jesus angesprochen hat der hatte jetzt gefastet diese 40 Tage hat gesagt hey mach ein Wunder sättige dich selbst setz dein Glauben ein um deine doch durchaus legitimen Bedürfnisse hier zu befriedigen ja tu nicht das was der Heilige Geist dir sagt sondern tu einfach das was jetzt dran ist was du denkst du hast Hunger also bitteschön ja tu ein Wunder damit es dir gut geht das war eine Falle Jesus ist nicht drauf reingegangen dann war das nächste da sollte er von der Tempelzinne herabspringen hey das war voller Tücke die Aussage war hey mach was spektakuläres ja dein Dienst wird schnell sein wird groß sein ja die Menschen werden dir folgen die werden dich vergöttern jeder jeder wird dich als messias anerkennen wenn du da einfach die Menschen sehen hey Gott ist mit dem ja ohne Schwierigkeiten ohne Verfolgung ohne Leiden hey probier das aus Gott wird dir verheißen er wird seine Verheißung erfüllen tu doch mal so einen Glaubens Schritt auch da wieder tu nicht das was der Heilige Geist dir sagt sondern tu das was du denkst ich habe gerade heute Südafrika telefoniert und die hat gesagt es gibt da wirklich teilweise sehr sehr schräge Sachen da gibt es sektierische Gruppen die beispielsweise genau sowas machen die nehmen die Aussage wenn sie etwas tödliches trinken werden wird es ihnen nicht schaden und es wird zum Glaubensprobe wenn du Gift trinkst ob du stirbst oder nicht ist das verrückt da gibt Gruppierungen die essen Glassplitter ja und wenn das keinen Schaden hat dann bist du ein Mensch des Glaubens und wenn die halt schädigt dann hast halt nicht geglaubt wer stirbt der hat nicht geglaubt das ist vollkommener Wahnsinn aber das ist genau das was hier der Versuch war des Feindes Jesus zu überwältigen tu was spektakuläres beweis dass Gott mit dir ist zeig dein Glauben so und das dritte war das wo der Feind an diese ganzen Weltsystem gezeigt hat warum konnte er das eigentlich machen alle Reiche der Welt genau weil er sie alle unter seiner Herrschaft hatte der Fürst der Welt der Herr der Welt er hatte Macht über die diese Welt so er hat sie im Grunde legal Jesus angeboten und ich denke seine Aussage war hey du kannst alles bekommen guck dir an du bist her gekommen um Menschen zu retten ich biet's dir doch an du kannst es alles haben kein Problem das was hab du gekommen bist ich gebe dir doch alles mach doch nicht so Stress kannst du alles haben betest mich an kriegst alles ohne leiden ohne Tod ohne Probleme alles ich gebe es dir das war raffiniert raffiniert Jesus gekommen um die Welt zu befreien und der Feind hat ihm genau das angeboten ich dachte kriegst du alles wenn du mich anbetest aber durch die Anbetung hätte Jesus Satan akzeptiert er hätte letztlich dessen Göttlichkeit anerkannt im Grunde wäre dadurch die Dreieinigkeit zerbrochen Satan hätte sein Ziel erreicht und die Welt wäre als Preis ihm locker das wert gewesen er hat ganz andere Pläne und Absichten aber wir wissen Halleluja der Herr hat überwunden hat sich vom Feind nicht einfangen lassen durch diese Dinge er hat überwunden durch das Schwert des Geistes durch das Wort er hat durch das Wort den Feind in die Flucht geschlagen und das müssen du und ich auch tun deshalb müssen wir das Wort Gottes kennen deshalb müssen wir das Rema Wort haben wie dieser John G. Lake das Wurz wurde zu einem Ding mit dem er gegangen ist und die Werke des Feindes zerstört hat im Leben von Zehntausenden von Menschen er hat etwas genommen das Wort als Schwert und ist vorwärts gegangen und das ist das was wir auch tun müssen das Wort ist eine Waffe deshalb bezeichnet die Bibel ist als Schwert und es ist etwas was gegen den Feind geht gut dann möchte ich was zu seinem Herrschaftsbereich sagen dem Herrschaftsbereich des Feindes nun zunächst einmal offensichtlich erstreckt sich das über die Menschen die in Sünde leben die Menschen die in Sünde leben finden wir in 1. Johannes 3 Vers 8 bis 10 das ist unerlöste Menschen das sind die die Kinder des Teufels genannt werden da finden wir in Johannes 8 Vers 44 folgende Aussage ihr seid aus dem Vater dem Teufel und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit weil keine Wahrheit in ihm ist wenn er die Lüge redet so redet er aus seinem eigenen denn er ist ein Lügner und der Vater derselben hier sagt Jesus also ihr seid Kinder des Teufels er spricht Menschen so an ihr seid Kinder des Teufels weil er gesagt hat ihr seid unter dem Herrschaftsbereich des Feindes ihr seid unter seinem Herrschaftssystem seiner Autorität ja und wie schon gedacht 1. Johannes 3 Vers 8 bis 10 da heißt es wer die Sünde tut ist aus dem Teufel denn der Teufel sündigt von Anfang an hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels jeder der nicht Gerechtigkeit tut ist nicht aus Gott und wer nicht sein Bruder liebt Kinder des Teufels das heißt Menschen die zum Herrschaftsbereich des Feindes gehören wie schon gesagt dieser Herrschaftsbereich erstreckt sich aber das gesamte Weltsystem und er gebraucht Menschen um da seine Macht auszuüben eben diese Kinder ja oder wie es in Epheser 2 Vers 2 heißt die Söhne des Ungehorsams die er missbraucht um sein Ding zu tun Söhne des Ungehorsams in denen also in Sünden in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt völlig klar es gibt Menschen und es gibt viele Menschen es sind Millionen auf dem Globus in denen der Feind wirkt und in denen er seine Ziele und seine Absichten versucht durchzusetzen und genauso gibt es die Kinder des Lichts die Kinder Gottes der Leib Christi die dem widerstehen es ist ein Kampf ein realer echter Kampf auf der geistlichen Ebene er ist der Weltbeherrscher der gefallenen Schöpfung und wenn wir die super bekannte Bibelstelle in Epheser 6 lesen Epheser 6 ab Vers 10 da geht es um diese Waffenrüstung da möchte ich auch nochmal mit dir kurz drüber sprechen ich lese das mal vor 10 bis 18 zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt denn unser Kampf unser unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut sondern gegen die Gewalten gegen die Mächte gegen die Weltbeherrschaft dieser Finsternis gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt stehen bleiben könnt so steht nun das Wort mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen wow ich denke mal du hast bestimmt schon diverse Predigten über diese Waffenrüstung gehört und es gibt schöne wirklich gute Predigten die das ausmalen und so weiter aber weißt du was die Waffenrüstung ist dir gegeben für den Kampf in dem du stehst wenn du auf dem Sofa sitzt brauchst du keine Waffenrüstung ja die Waffenrüstung brauchst du wenn du im Kampf bist und dieser Kampf ist echt real und sehr kernig hör mal zu was hier steht zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an damit es gibt einen Grund warum wir die anhaben müssen damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt bestehen da steckt ja das Wort stehen drin ja steh und jetzt kommt's denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut sondern unser Kampf ist gegen die Gewalten gegen die Mächte gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis gegen die geistigen Mächte der Botschaft in der Himmelswelt das ist dein Kampf das ist mein Kampf das ist unser Kampf nicht auf der irdischen Ebene nicht gegen Fleisch und Blut wir kämpfen nicht auf dem natürlichen Bereich wir attackieren nicht Menschen im natürlichen gar nicht aber in der geistigen Welt gehen wir gegen die Machtstrukturen des Feindes gegen diese Gewalten und so weiter gehen wir an und weißt du was viele Christen tun das nicht viele Christen tun es nicht weil die sagen oh nein das mache ich nicht das ist gefährlich das ist gar nicht unser Ding wie kommst du da drauf hier steht's doch glasklar drin das ist dein Kampf du hast dich dagegen zu stellen gegen die Machenschaften des Feindes deshalb hast du die Waffenrüstung ja es ist ein geistlicher Kampf den brauchst du nicht zur Dekoration sondern damit gehst du vorwärts und du konfrontierst die Dinge die einfach böse sind und schlecht sind konfrontiere Krankheit konfrontiere Zerstörung vielleicht in deiner Familie konfrontiere wo Mächte deine Lieben gefangen halten in irgendwelchen ätzenden Sachen in Sünden in Bindung oder indem sie sich nicht bekehren in der Gefahr verloren zu werden konfrontiere es im Gebet so viele Christen machen das nicht sondern sie haben ständig nur dieses Ding wie eine To-Do-Liste für Gott oh Gott mach dies oh Gott mach das oh Gott mach jenes aber weißt du irgendwann müssen wir erwachsen werden ja es gibt eine Zeit wo der Herr sich wirklich um uns kümmert und uns mit allem versorgt aber es gibt auch eine Zeit wo wir anfangen müssen selber voranzugehen und selber das zu tun was er uns sagt und er sagt hey du hast die Waffenrüstung an damit du kämpfst die brauchst du nicht wenn ich kämpfe die habe ich dir gegeben damit du kämpfst und du die Mächte die gegen dich kommen gegen dich anstehen in der Autorität die ich dir gegeben habe besiegst ja du sollst sie tun du sollst diesen Kampf tun genau so jetzt wäre die Story ja nicht ganz rund wenn wir da zu Ende werden deshalb kommt jetzt was Cooles nämlich wir wollen nachdenken über den Untergang Satans das Gericht und den Sieg über ihn zunächst einmal erstens wurde er aus der Gegenwart Gottes entfernt und verbannt sein Machtbereich erstreckt sich ausschließlich auf diese gefallene Schöpfung ok hatten wir gehört bei Jesaja am Anfang ja in den Sheol wirst du hinabgestürzt in die tiefste Grube wie bist du vom Himmel gefallen du Glanzstern Sohn der Morgenröte zu Boden geschmettert ok also aus der Gegenwart Gottes ist entfernt ist nicht sein Machtbereich zweitens der Same der Frau das sagte Gott schon direkt nach dem Sündenfall ja der Same der Frau nämlich Jesus der Messias zertrat den Kopf der Schlange den Kopf der alten Schlange zertrat er womit mit seinem Kreuzestod mit dem vollkommenen Opfer und mit der Auferstehung ja das Kombipack der Hingabe seines Lebens am Kreuz und der Auferstehung die das ewige Leben uns ermöglicht ja dieses Kombipack hat den Feind komplett besiegt für alle Zeit und alle Ewigkeit und nicht nur das ja in der geistlichen Welt ist sein Haupt komplett real real zerstört seine der Schlange ist der Kopf zertreten ich sag das gerne sehr provokativ mit dem zermatschten Hirn denkt sich's schlecht das ist mein voller Ernst mein voller Ernst ja im Grunde genommen ist sein ganzes Denkvermögen real wirklich eingedämmt seine Wahrnehmung seine eigene Erkenntnis und so weiter und er hat nur diesen Stolz und diese Boshaftigkeit und sich da reingedreht aber das ist auch alles was er hat ne und das kennen wir von 1. Mose 3 ab Vers 14 ja wo Gott spricht zur Schlange weil du das getan hast sollst du verflucht sein unter allem Vieh unter allen Tieren des Feldes auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen sollst du fressen alle Tage deines Lebens und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau zwischen deinem Samen und ihrem Samen er wird dir den Kopf zermalmen und du du wirst ihm die Ferse zermalmen Jesus hat den Feind besiegt und den Kopf der Schlange zermalmen ja dann deshalb oder deshalb ist das Kreuz der absolute Wendepunkt der Geschichte ja sein fehlerloses Opfer wurde Satans Macht und die Macht des Todes für immer besiegt er wurde entwaffnet ja so und jeder einzelne Mensch der diesen Sieg Jesu für sich beansprucht und sagt ich nehme das an das ist das was ich für mich haben will ich nehme Jesus als meinen Herrn und Retter an der kommt raus aus dem Machtbereich des Satans Halleluja das ist wirklich wirklich gute Nachricht ja du der Feind verliert seine Position der Autorität er kommt in Freiheit wer Jesus als Herrn und Retter annimmt kommt wieder in die eigentliche Absichten Gottes hinein in ein Leben mit Gott das Kreuz ist die völlige Hingabe des Herrn ein komplettes Opfer und jetzt durch die Auferstehung bietet er uns ewiges Leben an und wir dürfen zugreifen alles was du tun musst ist ja ich nehme das für mich an ich beansprache das für mich ich will da hineingehen ich will Jesus Christus als meinen Herrn und Retter haben und frei werden von diesem elenden Fürsten der Welt der seine Autorität über mir hat und du wirst eine neue Kreatur werden jeder der das für sich beansprucht hat kommt da hinein das heißt der Feind ist nicht weg der attackiert dich nach wie vor aber du bist auf einem völlig anderen Level du bist in einer völlig anderen Ebene ja du bist jetzt ein Kind Gottes du bist gerettet und erlöst du gehörst zum Leib Christi und jetzt wird es wirklich dann spannend ne Kolosser 2 Vers 15 da heißt es Jesus er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt in ihm in Christus hat er den Triumph über sie gehalten hallo der Feind seine Gewalt seine Macht es ist entwaffnet entwaffnet für die Kinder Gottes er ist öffentlich bloßgestellt worden er ist im Triumphzug vorgeführt worden ja Johannes 16 Vers 11 der Fürst dieser Welt ist gerichtet Hebräer 2 Vers 14 weil nun die Kinder Blutes und Fleisches vollhaftig sind hat auch er in gleicher Weise daran Eintrag gehabt um durch den Tod den zunichte zu machen der die Macht des Todes hat das ist der Teufel durch Jesu Tod wurde die Macht des Todes zunichte gemacht Halleluja deshalb hat Jesus gesagt es ist vollbracht es ist vollbracht das ist wirklich gut Kreuz und Auferstehung sind das was den Feind für immer besiegt hat das ist es was ihn immer zum größten Loser gemacht hat nicht nur der Zeit sondern in Ewigkeit für immer und die Leute die ihm nachfolgen die Leute die mit ihm meinen Geschäfte machen zu können die ihn akzeptieren als ihren Herrn sind wirklich bedauernswerte Geschöpfe sind Gefangene sie werden in Ewigkeit nicht gefunden werden das ist fürchterlich das ist wirklich wirklich fürchterlich und wir bei uns in unserem Dienst wir haben uns angewöhnt Teufel das Wort Teufel immer klein zu schreiben ich meine Satan oder Luzifer oder sowas auch aber eben auch Teufel und Teufel ist besonders cool weil Teufel wenn du ein kleines T hast ist ein Kreuz erstmal kommt ein Kreuz ja was ihn besiegt hat und dann hast du das Wort Teufel also das finde ich wirklich cool das ist eine richtig gute Proklamation durch das Kreuz durch das Opfer des Herrn durch das was er gemacht hat sind wir alle frei wir sind gerettet von ihm ja tot wo ist dein Stachel Hölle wo ist dein Sieg wir sind frei ne so und weil das geschehen ist durch unsere Position in die der Herr uns hineingenommen hat als sein Leib wir sind Glieder an seinem Leib ne wenn wir in Christus sind so haben wir die Position auch in unserem Leben Satan zu überwinden ja Offenbarung 12 Vers 11 da heißt es und sie haben ihn überwunden sie haben ihn überwunden ja wegen des Blutes des Lammes wegen des Wortes ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod sie haben den Feind überwunden wer du und ich die Überwinder die Menschen die einfach sich auf das Blut des Lammes berufen die ihr Zeugnis weitergeben und die ihr Leben in dieser Welt eben nicht lieben sondern die den Herrn lieben und ewiges Leben empfangen haben ich finde das so grandios ich finde das so wunderbar der Feind ist besiegt das ist wirklich eine gute Nachricht er ist der größte Loser aller Zeiten gut noch wirkt er allerdings aber es kommt der Zeitpunkt und ich glaube dass er nicht mehr sehr fern ist dass er gebunden wird ja es wird Schwierigkeiten geben es wird gewaltige Umwälzungen geben es wird Probleme geben alles richtig das sagt die Bibel aber es kommt der Zeitpunkt da wird er gebunden da wird er gebunden ja und sein Wirken sein Tun wird völlig verhindert sein und dann lesen wir in der Offenbarung und zwar in Vers Kapitel 20 Vers 1 bis 3 dass ein Engel kommt der bindet den Satan und wirft ihn oder der der wirft ihn in den Abgrund es ist ein besiegter Feind er wird in dem Abgrund gesperrt ja ein namenloser Engel es ist nicht so dass Gott kommt oder das macht sondern ein nicht genannter Engel macht das der sperrt den Feind weg ne Offenbarung 20 Vers 1 bis 3 und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte und ergriff den Drachen die alte Schlange die der Teufel und der Satan ist also das ist wirklich hier beschrieben dass es keine Missverständnisse gibt das klar ist es geht tatsächlich um diesen Typ und er band ihn tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm damit er nicht mehr die Nationen verführe bis die tausend Jahre vollendet sind nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden das ist das Millennium das ist das tausendjährige Reich das Schabbatjahrtausend was nach der ganzen Trübsal und so weiter kommt und wo die Bibel berichtet dass Jesus Christus auf dieser Erde hier herrscht ja das ist das was hier auf dieser Erde noch ist danach nach den tausend Jahren wird der Feind wieder freigelassen werden und es gelingt ihm und das ist eine der fürchterlichsten Aussagen der Bibel es gelingt ihm in kurzer Zeit wieder die Menschen zum Aufstand gegen Gott aufzustacheln und dann kommt der Herr und dann kommt das Ende und dann kommt das wirkliche Ende und dann wird der Feind gerichtet ja und es kommt zum Gericht und letztlich kommt es zu einem neuen Himmel und einer neuen Erde wie die Bibel uns das berichtet und da lesen wir in Offenbarung 20 Vers 10 und das ist die Zukunft die auf Satan wartet und der Teufel der sie verführte wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit da ist die Bibel da ist die Bibel unmissverständlich das ist der Ort wo der Feind hingehört und seine Absichten die Absichten des Feindes sind es möglichst viele Menschen dahin mitzunehmen und die Absichten und die Absichten des Herrn sind es möglichst viele Menschen zu retten und das ist auch unser Herzenswunsch Menschen müssen gerettet werden das Evangelium muss verkündigt werden so wie Reinhard Bonke so schön sagt ja die Hölle plündern und den Himmel bevölkern ja einfach so als markiger Spruch um klar zu machen es geht darum das Ding muss leer sein und der Himmel die Menschen gehören in den Himmel die Menschen sind nicht für die Verdammnis gemacht das ist für den gefallenen Feind ja für diesen Cherub der gefallen ist der sich überhoben hat in seinem Stolz wir sind für die Gegenwart des Herrn geschaffen und weißt du was mal eine ganz ganz wichtige Aussage es gibt nur zwei Möglichkeiten wo Menschen in der Ewigkeit sein werden entweder haben sie die gleiche Zukunft wie der Feind sie hat oder sie haben die gleiche Zukunft wie Gott sie hat keine anderen Möglichkeiten das sind die beiden Optionen und es liegt an dir wo du diese Ewigkeit verbringen möchtest es ist ein Angebot da du kannst gerettet werden und jeder der das für sich beansprucht der will kann gerettet werden und kann in Ewigkeit beim Herrn sein das ist wirklich wunderbar und jetzt möchte ich zum Schluss noch mal was sagen wie wir als Christen als Kinder Gottes aufgefordert sind richtig mit Satan umzugehen ja die Bibel sagt wir haben ihm gegenüber gerüstet zu sein habe ich ja vorgelesen wir haben angetan zu sein mit der Waffenrüstung als Schutz und als Waffe von Gott gegeben wir haben gegenüber seine Listen zu bestehen zu widerstehen im Grunde überhaupt zu stehen ja wir haben damit zu rechnen dass das kommt wir haben einen Kampf gegen ihn auszurichten ja wir haben diese Gedanken die da als diese feurigen Pfeile kommen wir haben die auszulöschen mit denen er uns attackiert wir haben im Geist vorwärts zu gehen ja so und im Grunde kann es dir so vorstellen wenn die Bibel sagt deine Gedanken sind uns nicht unbekannt 2. Korinther 2 Vers 11 ja hatte ich ganz zu Anfang gesagt dann musst du es dir so ähnlich vorstellen wie ein Feldherr der die Pläne des gegnerischen Feldherrs kennt ja er weiß wie die Absichten des feindlichen Feldherrs sind er weiß was der plant und das sind genau diese Sachen über die wir gesprochen haben und er weiß wie er dagegen agiert ist agieren muss und deshalb sollen wir tatsächlich Satan in unserem ganzen Leben keine Möglichkeit geben dass seine bösen Machenschaften sich irgendwie entfalten können ja weder in dir persönlich noch in der Ehe noch in der Familie noch in der Gemeinde der Raum den wir haben muss vom Heiligen Geist ausgefüllt werden und nicht von irgendwelchen dämonischen Denkstrukturen oder sonst was oder gar dämonischen Kräften wir sind sein Tempel der Tempel des Heiligen Geistes und so lesen wir in Epheser 4 Vers 27 gebt dem Teufel keinen Raum gebt dem Teufel keinen Raum nicht durch Betrügereien nicht durch Lügen nicht durch kleine Schmännereien nicht durch ein bisschen Pornografie nicht durch dies nicht durch das was man wegdrückt was keiner weiß gebt dem Teufel keinen Raum wir haben ihm zu widerstehen wir haben deinen Versuchungen zu widerstehen wir haben dieser Anklage zu widerstehen wir haben deinen Machenschaften zu widerstehen das ist keine Empfehlung das ist eine Anordnung das ist unsere Pflicht ja wir dürfen uns nicht dem Feind unterwerfen sondern wir müssen uns Gott unterwerfen Jakobus 4 Vers 7 unterwerft euch nun Gott widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen weißt du was das ist eine Job Description Job Description wir haben Job der Teufel hat einen Job wir haben den Job widersteht ihm er hat den Job zu fliehen finde ich gut weißt du was wenn du widerstehst flieht er wenn du nicht widerstehst kommt es dazu dass du irgendwann mit ihm läufst und das ist nicht lustig die Bibel sagt wir müssen widerstehen wir haben zu widerstehen unser Job ist zu widerstehen und die Verheißung ist er wird fliehen das ist etwas was jeder Christ erlebt in seinem Leben widersteht dem Teufel widersteht dem Teufel dann gibt es natürlich diese sehr bekannte Bibelstelle mit dem brüllenden Löwen 1. Petrus 5 Vers 8 bis 9 seid nüchtern wacht euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht wen er verschlingen kann dem widersteht standhaft durch den Glauben da ihr wisst dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen das ist doch wirklich kernig hier ja der Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe nicht als brüllender Löwe sondern wie ein brüllender Löwe der hat sich wieder verkleidet der hat sich wieder verkleidet wie mit dem Engel des Lichts er hat sich verkleidet ja und er sucht sucht das heißt er muss suchen er kann nicht einfach willkürlich irgendwie sondern er muss suchen wen kann ich denn hier verschlingen wer fällt denn auf mein Gebrüllereien wen kann ich verschlingen er sucht wen er verschlingen kann also wie ein brüllender Löwe guckt da wo fällt jemand auf ihn rein und das soll nicht unser Fall sein deshalb sagt die Bibel dem widersteht standhaft durch den Glauben ja cool seit nüchtern wacht widersteht er muss fliehen und selbst wenn er sich da irgendwie so gebärdet wie ein brüllender Löwe kein Problem wenn du stehst wird er dich nicht verschlingen können wenn er natürlich dich beeinflussen lässt von dem Getue dann wird es anders dann wird es schwierig ja aber das Schöne ist du kannst jederzeit anfangen zu widerstehen selbst wenn du deinen Schlichen auf den Leim gegangen bist kannst du heute eine Entscheidung treffen zu sagen nein ab jetzt nehme ich Position ein wie die Bibel es sagt ich widerstehe er wird fliehen wird vielleicht ein bisschen dauern aber er wird fliehen er wird aus meinem Leben verschwindeln ja wie gesagt wir wir haben Satan zu überwinden denn durch das Blut Jesu sind wir von dieser Macht des Feindes freigekauft und uns als Christen ist die Autorität gegeben über seine Gewalt uns ist die Power gegeben über ihn die Bibel sagt er ist unter den Füßen was für Füßen den Füßen des Leibes Christi Jesus ist das Haupt und er ist unter den Füßen des Leibes Christi wenn du zum Leib Christi gehörst weil du Kind Gottes bist ist er unter deinen Füßen da gehört er auch hin es gibt eine kleine hilfreiche Sache fällt mir gerade ein die manche Christen machen nehmen wir mal an sie haben mit irgendeinem Problem zu tun irgendeiner Bindung irgendeiner Sucht um sich das bewusst zu machen dann nehmen sie ihre Schuhsohlen und schreiben ihr Problem einfach drauf und dann laufen sie drauf und sagen jedes Jahr bei jedem Schritt es ist unter meinen Füßen es ist unter meinen Füßen ich werde frei werden es ist unter meinen Füßen der Feind ist unter meinen Füßen egal was gegen mich steht es ist unter meinen Füßen und da bleibt es auch es ist unter meinen Füßen und ich werde es nicht und ich werde es nicht hochkommen lassen Gottes unvorstellbare Kraft ist uns gegeben der Epheserbrief ist da so gigantisch weil er davon spricht welche Power welche Autorität welche Möglichkeiten wir haben als Kinder Gottes ja was es heißt neu geboren zu sein was es heißt ein Tempel des Heiligen Geistes zu sein was es heißt dass der Herr in dir lebt die Hoffnung der Herrlichkeit Christus in dir was das bedeutet ja der Feind macht da sein Getue aber du musst wissen wer du bist wer deine was da für eine Identität du hast ja was du für eine Position hast du musst wissen wie du in der geistlichen Welt dastehst ein gigantischer Kämpfer mächtig bewaffnet und der Feind versucht dich mit seinem blöden Getue einzulullen und weil er raffiniert ist hast du vielleicht alle Waffen von dir gestreckt und bist da und guckst nach unten und hast dich von seinem Getue beeinflussen lassen bist niedergeschlagen obwohl es gar keinen Grund dazu gibt nur weil du den Einflüsterungen des Feindes zugehört hast nur weil du diese feurigen Pfeile zugelassen hast und die haben angefangen zu brennen und die haben angefangen die Gips auszubreiten hier so Giftpfeile und irgendwann wurde das dann immer mehr zersetzt hey heute kannst du eine Entscheidung treffen und sagen Schluss damit ich werde nicht mehr länger den Machenschaften des Feindes auf den Leim geben ich glaube seinen Einflüsterungen nicht mehr ich glaube auch dem was er mit dem Feilen macht nicht mehr weg damit ja ich ziehe diesen Helm des Hals auf und ich lasse mich nicht mehr von ihm und seinen negativen Einflüsterungen hier berauben Epheser 1 Vers 19 bis 22 lese ich dir vor was die überragende Größe seiner Kraft also Gottes Kraft an uns ist den Glaubenden nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke überragende Größe seiner Kraft nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke ey das ist ein Superlativ nach dem anderen ja und die ist an uns wirksam die hat er in Christus wirksam werden lassen indem er ihn von den Toten auf erweckt hat und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen der nicht nur in diesem Zeitalter sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird und alles 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 hat er seinen Füßen unterworfen und ihm als Haupt über alles der Gemeinde gegeben die Gemeinde ist der Leib Christi er ist das Haupt wir sind die Glieder und der Feind ist unter den Füßen ganz ganz unten und er ist kein ebenbürtiger Gegner sondern er ist unter den Füßen das sollten wir wissen in Christus sind wir in seine Herrschaftsposition im gewissen Sinne mit hineingenommen die Bibel sagt sogar in Epheser 2 Vers 6 dass er uns mit auferweckt hat mitsitzen hat lassen in der Himmelswelt in Christus das ist eigentlich unsere Position das ist eigentlich unsere Identität das ist eigentlich das wer wir sind und wie die geistliche Welt uns sieht und so viele Christen leben von den Miesen Machen Schaffen des Feindes überwältigt weil sie ihm geglaubt haben und kommen so schwer in die Position die der Herr für sie hat das muss sich ändern das muss sich ändern wir müssen die Power die der Herr uns gegeben hat und anvertraut hat nutzen um den Feind in seine Schranken zu weisen ja wir müssen ihn nutzen das Reich Gottes voranzutreiben wenn wir das nicht tun dann nutzen wir nicht das was Gott uns gegeben hat und was er uns anvertraut hat ja dann lassen wir zu dass das Reich des Feindes einfach immer weiter sich ausbreitet oder sowas das dürfen wir nicht ja denkt mal das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden wir haben einen Job zu tun wir haben einen Job zu tun Lukas 10 Vers 19 sagt Jesus siehe ich habe euch die Macht gegeben auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden ihr die Nachfolger Christi die Jünger Christi haben Macht über die ganze Kraft des Feindes die ganze Kraft des Feindes er ist unter deinen Füßen und da soll er bleiben da gehört er hin und wenn er irgendwo in einer anderen Position ist dann ist das nicht das was Gott für dich hat ja wir haben in unserem Leben mit der Hilfe des Herrn Satan zu überwinden denn Jesus lebt in dir und er ist der Sieger er ist der Überwinder ja 1. Johannes 4 Vers 4 ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden weil der welcher in euch ist größer ist als der welcher in der Welt ist Christus in dir ist größer als das was diese Welt zu bieten hat Christus in dir ist größer als der Feind ja und deshalb haben wir da aktiv vorwärts zu gehen und den den Feind zu bekämpfen zu attackieren das tun wir durch Gebet das tun wir durch Fürbitte das tun wir durch Evangelisieren das tun wir indem wir für Kranke beten Dämonen austreiben äh und satanischen Einfluss offenbar machen das ist dieses Wort im übertragenen Sinne Schlangen aufheben ja das tun wir in allem wenn wir das Recht Gottes voranbringen wie immer das aussehen mag das tun wir wenn wir einfach mit dem Herrn vorwärts gehen was auch immer das sein mag ja das sind die Dinge die der Herr möchte dass wir tun ja die Dinge vor denen er will dass wir das Reich des Feindes attackieren indem wir nämlich Menschen die Augen öffnen die der Feind verblendet hat ne die der Feind verblendet hat diese geistliche Erkenntnis im Geist aktiv vorwärts gehen damit die Leute überhaupt erstmal das Evangelium verstehen können ne genau manche Christen fragen sich wie kann das denn sein wir haben doch eigentlich die Situation dass wir im Sieg Christi sind er hat den vollkommenen Sieg errungen der Feind ist besiegt er ist erledigt wie kann es denn sein dass wir trotzdem zu kämpfen haben ein kleines Bild was vielleicht dazu hilfreich sein kann ist ein Fußballspiel stell dir vor so ein Fußballspiel läuft und irgendwann durch einen riesigen Vorsprung ist klar okay die Mannschaft hat verloren und die eine hat gewonnen der Sieg ist errungen und trotzdem läuft das Spiel noch weiter der Sieg ist da ist auch nicht mehr wegzunehmen der Sieg ist komplett da aber das Spiel läuft noch weiter und die Spieler müssen trotzdem noch ihr Spiel machen sie müssen trotzdem noch das tun wozu sie eingesetzt sind die gegnerische Mannschaft die weiß dass sie verloren hat hat alle Hemmungen verloren ist unvorstellbar brutal Fouls ohne Ende Gemeinheiten ohne Ende Beschimpfungen ohne Ende und sie attackieren und attackieren und attackieren obwohl das Spiel verloren ist für sie sie hören nicht auf zu spielen das Spiel muss ablaufen und die anderen die wissen dass sie gewonnen haben müssen trotzdem damit umgehen mit diesen Attacken des Feindes ist nur ein kleines Bild vielleicht hilft es hier zu verstehen wie das Ganze läuft du und ich wir sind noch im Spiel und der Feind ist auch noch im Spiel und auch wenn er besiegt ist ist er noch aktiv und auch wenn wir Sieger sind in Christus müssen wir noch aktiv sein und ich möchte dir ganz ganz zum Schluss hier noch ein Buch vorstellen was dir helfen kann in dieser Situation und zwar ist das kein Buch was sich überhaupt mit dem Teufel oder irgendwas beschäftigt es ist ein Buch wo ich den Eindruck habe ich soll das vorstellen das heißt neues Leben neue Identität das ist ein Buch was dir zeigt welche Identität du in Christus hast wer du überhaupt bist in der geistlichen Dimension was es heißt wiedergeboren zu sein was es heißt Tempel des Heiligen Geistes zu sein und das ist ein Buch von Dr. Neil Anderson grandios das hat schon so so vielen Menschen geholfen ein Verständnis zu führen wie man ein siegreiches Leben führen kann weil man weiß wer man ist das ist eine Machenschaft des Feindes dass wir überhaupt nicht wissen wer wir sind weißt du kennst du Leute die sagen oh ich bin nur ein armer Sünder oder irgendwie sowas verrücktes das ist nicht das was die Bibel sagt und dieses Buch neues Leben neue Identität gibt es hier als Buch bei uns im Shop wenn du das möchtest für 13,95 und auch als Hörbuch kostet sogar nur 12,95 und ja es ist grandios hat mein Leben sehr sehr reich beschenkt also wenn du einfach da weiterkommen willst lade ich dich ein dir das bei uns gerne im Shop zu bestellen auch als Hörbuch ganz coole Sache für wenn im Auto unterwegs bist oder sowas das kann dein Leben verändern wenn du das dich mit der Wahrheit des Wortes Gottes beschäftigst und weißt wer bin ich denn wirklich in Christus dann hast du ein Verständnis dafür wer der Feind ist wer der Feind ist wer du bist wo er sich befindet und dass du siegreich in diesem Leben vorwärts gehen kannst und ihn in die Schranken weisen kannst Amen 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 was für ein Plädoyer am Schluss und was für eine besiegter Feind Beschreibung des besiegten Feindes Amen hier ehrlich ich hasse den Typ das ist so erbärmlich ja ich habe so ein bisschen im Chat geguckt und habe gesehen jemand hat geschrieben warum wird hier der Feind so groß gemacht ich habe gedacht ja das ist so manche Leute möchten nicht so gerne über den Feind sprechen obwohl sie ständig von ihm angegriffen und attackiert werden schau ich habe überlegt da hat jemand was nicht verstanden ja das war ja auch ziemlich am Anfang aber ich habe überlegt schau wir müssen unseren Feind besser kennen denn dann wissen wir wie er die Attacken fährt und wie er in unser Leben eingreifen möchte und wie er immer dieses Stück Land was Gott uns zugewiesen hat wie er das immer Zentimeter für Zentimeter sich wieder erobern möchte wie er Zentimeter für Zentimeter dir deine Gesundheit wegnimmt und wenn du dann sagst ja bei mir wird es immer schlimmer ja also liebe Leute wir haben schon mal gesagt bitte pass auf was du über dir aussprichst pass auf welche Worte du gebrauchst ich weiß um die Herausforderung wenn Krankheit da ist und wenn wir beten und es passiert nicht so schnell oder es passiert nicht dieses Jahr oder nächstes Jahr manche Leute sind wirklich schon sehr lange krank ich weiß das und die Gebetsanliegen die sprechen für sich und deswegen möchte ich sagen egal wie es ist inmitten der Umstände halten wir an Gott fest wir halten sein Wort fest wir halten das Vertrauen auf ihn fest und wir gehen mit ihm durch diese Dinge weiter und weiter ich weiß dass Schmerzen eine große Herausforderung sind ich weiß wenn unsere Kinder auf Wegen sind die uns nicht gefallen das ist für Eltern eine große Herausforderung aber sollten wir deshalb aufhören zu beten sollten wir deshalb aufhören zu glauben sollten wir deshalb alles niederlegen und sagen ja dann kann man ja eben nichts machen nein wir von Gottes Haus wir sagen immer Gott hat mehr für uns das was wir jetzt haben ist nicht das Ende wenn heute die Dinge noch nicht gelöst sind morgen können sie schon anders werden schau dir Zeugnisse an über Heilungen über Wiederherstellungen wo Menschen frei geworden sind Zeugnisse haben Kraft und sie bauen unseren Glauben auf schau dieses Körbchen hier das ist etwas was mich zutiefst bewegt weil darin hierin siehst du die Attacken des Feindes und ich erwarte dass Gottes Versorgung seine Größe sein Eingreifen seine Bewahrung groß und mächtig werden in eurem Leben für die Leute die ganz noch ziemlich neu mit dazugekommen sind möchte ich ganz kurz noch mal diese Geschichte mit diesen oder nein ist sie keine Geschichte dieses Erlebnis was ich hatte mit diesem Körbchen und den Gebetsanliegen das möchte ich noch mal euch ganz kurz nahe bringen und wir werden dann für die Gebetsanliegen auch beten diesen kleinen Zettel den habe ich bei mir genau da bei dem ersten Mose bei zweiten Mose eins drin liegen denn das hatte ich aufgeschrieben das war dieses Wort was der Heilige Geist zu mir gesprochen hatte ich hatte die Gebetsanliegen die schon über Wochen reingekommen waren die hatte ich eigentlich jetzt aussortieren wollen ich wollte sie weglegen damit die neuen die reinkommen wieder und ich habe nochmal alle diese Anliegen durchgeguckt ich habe sie durchgelesen und ich habe gesagt Herr das geht doch gar nicht das ist so eine Macht des Feindes im Leben dieser Menschen deinem Volk deiner Kinder ich kann diese Anliegen nicht einfach wegrümmen ich kann nicht einfach so tun als wäre das jetzt erledigt und dann hat der Herr zu mir gesagt bewahre sie bis ich mein Werk vollendet habe und tue sie in das Körbchen und ich dachte in welches Körbchen bis mein Blick fiel unter meinem Schreibtisch da stand ein kleines Körbchen und ich habe dann diese Gebetsanliegen in dieses Körbchen getan und als ich sie reingeräumt habe da wurde ich an diese Stelle erinnert in 2. Mose 1 lass uns das kurz nochmal ins Gedächtnis zurückrufen diese Situation in der das Volk Israel war bedrückt vom Pharao der Pharao hatte gemerkt dass das Volk Israel immer größer wurde und sie haben sich überlegt dass das wohl eine Bedrohung für das eigene Volk sein könnte und so haben sie den ägyptischen Hebammen den Auftrag gegeben wenn sie den Geburtsprozess bei den hebräischen Frauen sehen und sie sehen wenn dann bei der Geburt ein Junge geboren wird der soll sofort getötet werden und dann kannst du lesen dass die Hebammen sich weigerten diesen Befehl auszuüben hey die waren echt im Widerstand gegen dieses System und Gott hat sich zu diesen Hebammen gestellt und er hat gesagt wegen eures Gehorsams werde ich euch segnen und sie haben in ihrem Leben Segen Gottes erlebt so also wir hören diese Situation war für das Volk Gottes eine heftige Bedrängnis und eine Familie gibt es dort von der uns dann genau erzählt wird das war Amram und seine Frau Jochebet sie hatten schon zwei Kinder nämlich einen Sohn Aaron und eine Tochter Miriam und jetzt wird in diese krassen Umstände mit dieser Anordnung der Obrigkeit die sagt wenn ein Junge geboren wird er muss ab jetzt umgebracht werden in diese krasse Situation wird ein kleiner Junge geboren und Jochebet die Mutter verbirgt dieses Kind drei Monate lang und dann heißt es sie kann es nicht mehr verbergen und dann macht sie was ganz außergewöhnlich ist und manchmal denke ich hey warum hat die Frau das gemacht sie hat ein körbchen genommen und hat das mit asphalt und pech ausgestrichen und da rein hat sie ihr kleines drei Monate altes Baby reingelegt und hat es auf den Nil auf dieses Nil Wasser gesetzt Ich denke sie wusste dass vielleicht in der Nähe wirklich diese Tochter vom Pharao öfter ist vielleicht hat sie Gott vertraut dass er irgendwie einen Weg finden würde dass er eine Öffnung haben würde für ihr Problem dass er irgendetwas unternehmen würde um dieses Kind zu retten sie vertraute so nehme ich es an sie vertraute auf Gottes Hilfe und sie lässt Miriam am Ufer entlang gehen und schauen was mit diesem Körbchen passiert ich habe mir überlegt wie muss das für diese Mutter gewesen sein ihr Kind in ein Körbchen zu legen und auf das Wasser zu setzen eine große Herausforderung dieses Körbchen wird mit dem hebräischen Namen oder Begriff Teba versehen das gleiche Wort begegnet uns später nochmal als dieses Körbchen nun auf diesem Wasser vor sich hin schwimmt wird es von der Tochter des Pharao gesehen und ihre Dienerinnen holen dieses Körbchen und es wird der Pharao Tochter gebracht und Miriam geht hin und sagt soll ich dir eine hebräische Amme bringen und die Pharao Tochter sagt ja das ist eine gute Idee und so kommt dieses Baby wieder zurück zu Jochebet in die Familie ein Wunder vor unseren Augen Bewahrung in einer Situation die nicht krasser sein kann das Loslassen von Jochebet und sie bekommt das Baby wieder und dann lesen wir in dem Text dass sie den Jungen bis er groß war bei sich behalten hat und dann bringt sie ihn wieder an den Pharao Hof dieses Kind war Mose die Tochter des Pharao hatte ihm diesen Namen gegeben aus dem Wasser gezogen das das die Bedeutung von dem Namen Mose als Mose größer ist muss die Mutter ihn wieder abgeben ein zweites Mal ein Loslassen und ein Vertrauen darauf dass Gott sein Leben bewahren wird ich glaube dass einige von euch jetzt auch in einer Situation sind wo ihr nicht wisst wie das Ding weiter geht wo ihr keinen Ausweg seht wo ihr wirklich unter der Attacke des Feindes und in der Bedrängnis durch den Feind steht und dass ihr auch vielleicht keine Lösung seht wie diese Dinge ausgehen sollen ich weiß dass für manche die ärztliche Hilfe die sie erwartet haben in den letzten Monaten nicht gewährt wurde aufgrund der Corona Krise ich weiß dass manche Untersuchungen stagniert haben und dass wirklich eine sehr bedrängende Situation entstanden ist auch durch die Angst die immer noch da ist durch dieses ständige Masken tragen durch diese ganzen Dinge ist eine Atmosphäre entstanden von Distanz von wirklichen Herausforderungen in dem sozialen Bereich und ich glaube dass wir ganz neu uns anschließen müssen müssen im Vertrauen an Gott dass er unser Leben in seinen Händen hält ich habe gedacht wie können wir das machen dass wir unser Herz mehr noch an Gottes Versorgung an seine Hilfe und an seinen Versorgen andocken können und ein Wort ein Bibel Wort ist mir eine große Hilfe ein wirkliches Licht was mir aufgeleuchtet ist und ich proklamiere das ganz oft gerade wenn es mir körperlich mal nicht gut geht gerade wenn ich emotional angegriffen bin dann sage ich Herr in deinem Wort steht mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott mein Leben ist verborgen mit dir mein Leben ist verborgen in diesem Tebar mein Leben ist wie in einer Ummantelung deiner Liebe deiner Versorgung deines deiner Güte deiner Gnade ist mein Leben bewahrt in dir und du wirst mich hindurch bringen du wirst mich schützen du wirst deine Hand über mir halten so wie du deine Hand über das Mose Baby gehalten hast daher kam diese dieses prophetische Wort mit diesem Körbchen hier ich habe dann ich habe auch in das Körbchen so wie eine Windel reingelegt um zu sagen dieses kindliche Vertrauen dieses diese Hilflosigkeit auch das ist etwas worüber der Herr sich erbarmen wird und gleichzeitig habe ich hier um das Körbchen einen goldenen Stoff gelegt das ist die Bedeutung von Herrlichkeit Herrlichkeit umgibt dein Leben Herrlichkeit Gottes ummantel dich Herrlichkeit Gottes ist über dir ausgerufen Herrlichkeit Gottes wird den Unterschied in deinem Leben machen ja da sind Nöte ja da ist Krankheit ja da sind die Dinge mit den Kindern noch nicht gelöst das sind Menschen die auf Abwägen sind und wir gucken fast zu wie sie weiter in schwierige Dinge sich rein bewegen das sind Job Verluste das sind Finanz Verluste alles dieses greift nach unserem Leben und trotzdem ist unser Leben verborgen mit Christus in Gott das Leben verborgen mit Christus das ist Herrlichkeit Gottes das ist Gnade Gottes das ist Versorgung Gottes das zweite wo dieses Wort Tebar vorkommt das ist in dem Bericht über die Arche Noah als Noah die Arche baut und in Hebräer 11 lesen wir im Vers 7 durch Glauben baute Noah als er eine göttliche Weisung über das was noch nicht zu sehen war empfangen hatte von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit die nach dem Glauben ist Noah hatte einen Blick auf diese übernatürlichen Möglichkeiten Gottes er hatte einen Glauben an Gott er hatte ein Wort von Gott gehört und empfangen und in dem lief er wie ein Uhrwerk Guck mal Noah musste ein ständiges Fragezeichen für seine Nachbarn gewesen sein die müssen gesagt haben der spinnt Noah war ein Widerständler Noah war einer der nicht in dem ganzen Pool mitgeschwommen ist sondern er hat einfach dem Wort Gottes Treue geschworen und er hat einfach das Wort Gottes umgesetzt in seinem Leben und hat diese Arche gebaut er muss ja ein Tagesgespräch gewesen sein er muss ja was weiß ich in der Zeitung jeden Tag vorgekommen sein als einer der völlig blöd ist und völlig spinnert ist weil er ein Ding gebaut hat was eigentlich fürs Wasser gedacht war eigentlich ein Widerständler zu blöd sich an die Vorgaben zu halten zu dumm um bei der Welt mitzumachen bis der Regen kam bis der Regen kam da erfüllte sich das Wort das Gott Noah gegeben hatte da erfüllte sich das das Gott gesagt hat bau einen Arche Gott bewahrte Noah und seine Familie in dieser Arche in diesen Teba auch bei der Arche lesen wir dass sie mit Pech bestrichen wurde damit sie wasserfest war Gott bewahrte Noah und seine Familie und die Tiere und er brachte eine neue Wende hervor in zweite Chronik 16 lesen wir ein ganz 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 entscheidendes Wort und das möchte ich dir auch wirklich als Ermutigung ans Herz legen die Augen des Herrn schauen über die ganze Erde um sich treu an denen zu erweisen deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist andere Übersetzungen sagen damit er seine Macht zum Heil für die erweise deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist oder um sich mächtig zu erzeigen oder sich stark zu erweisen oder stark beistehen oder dass er fest ist mit denen deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist das gilt für dich und mich halte ungeteilt am Gott fest halte ungeteilt dein Herz auf ihn gerichtet auch mitten in der Krankheit mitten in der Herausforderung mitten in diesen Schwierigkeiten halte ungeteilt dein Herz auf ihn ausgerichtet wir wir wollen wir wollen jetzt gleich beten für die Anliegen die reingekommen sind vielleicht ist auch dein Anliegen dabei wir sagen immer wenn wir wir beten nicht alle jetzt wir können gar nicht jedes einzelne vorlesen oder besprechen oder wie auch immer das ist auch gar nicht das wichtige Thema sondern wir wollen beten für das was Gott uns jetzt gerade auch aufs Herz legt was wichtig ist und wenn dein Anliegen dabei sei sicher seine Augen sind auf dein Leben gerichtet genau wie auf das Mose Körbchen und du brauchst dieses Thema in deinem Leben diesen Schutzraum Gottes in den er dich rein nimmt du brauchst eine Berührung Gottes jetzt du brauchst dieses für deine Lieben für deine für morgen für übermorgen für deine Bedrängnis jetzt und wir wollen jetzt diese wir wollen jetzt beten und uns anschließen an diese übernatürliche Kraft Gottes wir wollen sagen dass da wo keine Lösung ist Gott eine Lösung hat das was heute unmöglich ist kann morgen möglich sein durch ihn das was wir heute nicht sehen wird morgen ins sichtbare kommen das wo wir heute noch in diesem tebar verborgen auf dem wasser rumschwimmen und nicht wissen wie geht die sache aus es kann morgen so sein dass wie bei mose er an den königshof kommt das das was was heute wo du heute runter geknüppelt bist oder runter geknüppelt werden sollst wo Mobbing abgeht morgen kannst du erhoben werden wo heute ein Vorstellungsgespräch nicht gut gelaufen ist morgen kann der Herr etwas besseres in dein Leben bringen wo du heute runter gedrückt wurdest morgen kannst du erhoben werden wo heute nichts möglich ist kann morgen alles möglich sein alles ist möglich dem der da glaubt und Gott ist auf deiner Seite wir wollen jetzt beten und wenn wir jetzt beten dann dock dich damit an schließ dein Anliegen damit ein und wenn wir für ein Anliegen beten dann sag Herr ich empfange das auch für mein Leben wenn wir für Heilung beten dann bete das mit und sagt ja ich brauche auch Heilung ich brauche Heilung für meine Seele Heilung für mein Herz Heilung für meine Psyche ich bin so angegriffen ich bin so freudlos ich bin so in Depression ich bin so unter einer mentalen Attacke ich bin so unter Angst ich brauche diese Heilung auch für mich wenn du mit Finanzen attackiert bist und wir beten jetzt gleich auch für Finanzen für diesen finanziellen Freiraum dass Gott die Dinge verändert dass es einen Shift gibt dann bete mit dass deine Finanzen auch wenn das nicht dein Thema jetzt ist dass du vielleicht attackiert bist Aber bete doch mit dass der Herr deine Wege segnet in deinen Finanzen dass Finanzen reinkommen dass da geklärte Finanzen sind dass deine Abrechnungen sauber und okay sind und dass jeden Monat Geld genug für dich da ist damit du Versorgung hast also wir sagen ich empfange das für mich wenn gebetet wird ich empfange das für mich ich empfange das für meine Kinder ich empfange das für meine Enkelkinder ich bin genauso bedürftig wie die Menschen die uns hier ihre Anliegen geschickt haben und ich weiß der Herr schaut auf die deren Herz ungeteilt auf ihn ausgerichtet ist lass uns jetzt miteinander beten ja lass uns jetzt beten hier das Körbchen ist schon ganz schön schwer geworden ja das stimmt also das sind die Anliegen der letzten paar Wochen der letzten paar Wochen ja ich habe hier diese Maske reingelegt weil das kennt ihr vom Einkaufen oder wo auch immer ihr euch bewegt und Leute haben uns einfach auch von dieser Angst geschrieben ich denke wir fangen an mit dieser dass wir gegen Angst und Bedrängnis Sorge Sorge und Not beten und dass wir Gott bitten dass er da in dem Bereich insbesondere eingreift unter diesen Sachen ja genau du kannst ja abstehen also du bist aktiv beim Gebet dabei klingt dich ein ja nicht passiv also wir beten alle zusammen für diese Anliegen ja das gerechte Gebet vermag viel ne und wenn wir in Übereinstimmung sind können wir wirklich etwas für diese Menschen für ihre Notsituation für ihre Anliegen wirklich bewirken Amen Amen Ok mit diesem Anliegen dass Menschen die unter Bedrängnis durch Angst Bedrängnis durch Sorge Bedrängnis durch Bedrückung negative Gedanken negative Erwartungen negative Ausrichtungen und diesem Reden es wird alles schlimmer und es wird alles furchtbar wir kommen gegen diese Gedanken und Befürchtungen in dem Namen Jesus an und wir weisen sie zurück wir sagen sie haben keinen Raum in unserem Leben und in unserem Denken sie haben kein Existenzrecht und wir räumen ihnen das auch nicht ein in unserem Leben wir reißen jede Wurzel die Angst gebildet hat wir reißen sie jetzt raus aus unserem Leben und und wir sagen wir pflanzen das was Gott gesagt hat in unseren Herzen hinein wir sagen der Same Gottes der gut ist das Wort Gottes was gut ist das pflanzen wir ein und dieses Wort wird Frucht bringen in unserem Leben dieses Wort wird eine Ernte für uns hervor bringen wir sagen jede Angst jede Befürchtung jede Sorge jede Bedrängnis sie sei gebunden in Jesu Name in Jesu Name wir widerstehen jeder Form von Sorge von irgendwelcher Existenzangst von irgendwelcher Todesangst oder von überhaupt Angst Angst ist nicht im Heiligen Geist Angst ist nicht in der Liebe die dämonische Macht der Angst die hat nichts mit einem gesunden Instinkt zu tun sondern es eine Kraft die das Leben von Menschen wirklich zerstören wird wir sprechen aus dass die Kinder Gottes davon frei sind auch gerade in dieser Phase wo Angst aller Orten vermittelt wird wo Angst allgegenwärtig ist wo Angst den Leuten aus den Augen herausschaut wir widerstehen dem wir sagen keine Angst denn der Geist der Herr uns gegeben hat ist ein Geist der keine Furcht hat ein Liebe der ein Geist der Liebe der Besonnenheit der Kraft und so weiter das Gegenteil von Angst ist Glaube und wir sprechen aus Jesus du hast gesagt du bist der Anfänger du bist der Verländer des Glaubens in uns und wir proklamieren das für jeden der hier diese Anliegen geschickt hat für jeden Namen jede Situation alles was hier ist jede einzelne Situation du kennst sie alle und für unsere Geschwister die das hier diese dämonische Kraft von Angst sei im Leben von jedem Einzelnen der diesen Clip sieht und sich hier mit uns verbindet sei gebunden sei gebunden sei gebunden wir sagen du musst weichen aus dem Leben von jedem Einzelnen wir sprechen aus du kannst nicht mehr sprechen du kannst nicht mehr agieren du kannst nicht mehr in das Leben hier der Kinder Gottes nicht breit machen keine Angst für das Volk Gottes sondern Glauben Freude Liebe ganz besonders weil wir jetzt beten für Kinder die unter Druck gekommen sind durch die Corona Situation wir haben gelesen und gehört dass Eltern besorgt sind über das was sie bei ihren Kindern sehen und auch keine guten Ratgeber im Moment da sind dass ärztliche Behandlungen stagnieren in diesem Bereich wir wollen beten jetzt gerade für unsere Kinder für kleinere Kinder Kinder im Grundschulalter Kinder die gerade jetzt so auf dem Ding sind in die Pubertät reinzukommen diese Vorpubertät für die jungen Erwachsenen und für die Kinder die unter Sucht gekommen sind welche Gründe auch immer ja wir bringen dir jedes Kind jedes Kind du hast Kinder als ein Geschenk gegeben du hast dieses Mose Baby und Mose Kind bewahrt ja und wir docken uns an dieses Wort an und wir sagen unsere Kinder sind in diesem Schutzraum den du ihnen gewährst du ummantelst sie wie mit einem Körbchen wie mit einer Arche wie mit deinem Mantel wie unter deinen Flügeln wir sprechen aus unsere Kinder sind unter dem Schutz den du wir sprechen aus unsere Kinder sind bewahrt und du wirst ihnen Hilfe aus dem Heiligtum senden wir sprechen aus Heilung und Wiederherstellung Aufdecken von Befürchtungen Aufdecken von wirklichen tiefen Verlustängsten von allen diesen Dingen die in unseren Kindern sind ausgesprochene und nicht ausgesprochene wir kommen an gegen diese Attacken des Feindes auf unsere Kinder und wir sprechen Freiheit aus Freiheit durch das Blut Jesus Herr Jesus dein Blut ist vergossen worden zur Heilung und zur Wiederherstellung zur Errettung und zur um eine vollkommene Ganzheit in dir hervorzubringen Herr wir glauben deinem Wort und wir beten dass wir als Eltern Wunder sehen werden Sende Zeichen und Wunder jetzt in die Familien deren Kinder jetzt davon betroffen sind Herr wir bringen dir die Kinder die in Süchte abgetrieftet sind dass du sie neu berührst dass du sie übernatürlich zurück ziehst dass du sie raus ziehst aus diesem Klauen des Feindes dass du sie wieder auf neuen Grund stellst dass du sie weg holst von dem wo sie denken dass sie da Leben finden Herr wir proklamieren dass die Kinder und Jugendlichen die meinen sie müssen sich in eine andere geschlechtliche Identität hineinbewegen dass sie auf festen Grund in dir kommen dass sie auf Erkenntnis kommen dass du sie liebst und dass du ihr Leben gewollt hast wir proklamieren deinen Segen über die Familien ich proklamiere Segen über die Eltern ich proklamiere dass die Eltern nicht schwach werden im Glauben ich proklamiere dass du sie auf festen Grund stellst dass du die Eltern festhältst am Gebet für ihre Kinder am Glauben für ihre Kinder dass sie wirklich geschützt sind von dir in Jesu Namen wir proklamieren wirklich für jeden einzelnen Namen für jeden einzelne Kind für jede so viele Dinge die nach ihrem Herzen greifen wir sprechen aus die Kinder der Gerechten werden das Land erben das heißt sie werden erhoben werden sie werden den Herrn finden wir sprechen aus dass sie gerettet werden dass sie bekehrt werden dass die Hand des Herrn auf jedem einzelnen Kind ist und wenn du Eltern also Kinder hast wenn du jemand bist der selbst Kinder hat ich spreche zu im Namen Jeschua dass deine Kinder gerettet werden dass sie den Herrn finden und du nimmst es und sagst jawohl meine Kinder werden dem Herrn dienen wie Josua gesagt hat ich aber mein Haus wir werden dem Herrn dienen wir sprechen es aus nimm es aktiv im Glauben und das gleiche spreche ich auch aus für allgemein Verwandte deine Geschwister deine Eltern alle Menschen die um dich herum sind die Menschen die lieb sind es ebenso ein eingreifendes Herrn reinkommt und dass Menschen gerettet werden du betest vielleicht schon lange für irgendwelche Leute vielleicht für deine Eltern deinem Vater da ist jemand der betet seit Jahren und die Zeit läuft ab ich das proklamiere ich das beten wir für alle die dir am Herzen liegen und für alle für die du gebetet hast die Gebete sind erhört worden denk an das was da mit Daniel war das Gebet ist von Anfang an erhört worden und auch wenn Sachen dazwischen gekommen sind im Namen Jesus Christus wir sprechen aus dass es so lange einstehst gerettet werden für Zeit und Ewigkeit Amen wir beten jetzt für die Leute die um ihren Arbeitsplatz bangen wir wollen beten für die Menschen die ihren Arbeitsplatz verloren haben aufgrund der Corona Krise oder auch wegen anderen Gründen wir beten für die Menschen die einen neuen Arbeitsplatz suchen und dringend brauchen dringend brauchen wir beten für die Leute die eine Firma haben die also selber Arbeit anderen geben und wir wollen beten dass die Aufträge nicht ins Straucheln kommen sondern dass Einkommen genug da ist damit die Angestellten mit Arbeit versorgt und mit Einkommen versorgt sind es ist eine sehr schwierige und herausfordernde Zeit gerade jetzt und wir proklamieren den Sieg Jesu in diese Arbeitswelt lass uns auch noch die Leute reinnehmen also die jungen Menschen die einen Ausbildungsplatz suchen das ist auch eine riesen Not jetzt die sind mit der Schule fertig oder mit dem Studium fertig und jetzt stehen im Grunde geworden nichts weil fast nirgendwo Ausbildungsplätze oder Arbeitsplätze angeboten werden dass es da einen Change gibt dass es da Veränderungen gibt dass du wirklich dich fest an ihrer Seite erweist dass sie wissen du bist ihr Versorger und du wirst die Dinge in ihrem Leben zum Besten bringen und Herr wir proklamieren dass in dieser Zwischenzeit dass da nichts an ihrem Glauben rütteln kann dass die Fundamente festbleiben Herr wir proklamieren für die Arbeitgeber dass sie genügend Aufträge haben wir rufen Aufträge in deine Firma wir rufen Aufträge die gut sind die sich gut berechnen lassen die einen guten Umsatz bringen und einen guten Gewinn abschmeißen das proklamieren wir dass das von Gottes Versorgung her kommt dass dein Herz was auf ihn schaut wirklich gesättigt ist dass du weißt dass du weißt der Herr wird dir alles was du brauchst zur Verfügung stellen wir segnen auch hier jeden Einzelnen der einfach Not in dieser Situation uns mitgeteilt hat so viele die geschrieben haben dass sie in Kurzarbeit sind oder dass da eventuell der Verlust des Arbeitsplatzes sind einige die ihren Arbeitsplatz schon verloren haben einige die wissen dass sie demnächst gekündigt werden und so weiter wir sprechen aus dass im Namen Jesus Versorgung im Haus Gottes in den Kindern Gottes freigesetzt ist und wenn dich das betrifft kling dich ein und sag jawoll der Herr wird ein Wunder für mich tun der Herr wird mich versorgen ich werde nicht betteln im übertragenen Sinne ich werde nicht in so eine Notsituation kommen sondern der Herr wird mich versorgen ich spreche aus Arbeitsplätze werden gehalten neue Arbeitsplätze ergeben sich es ergeben sich Wunder Versorgungswunder wo der Herr einfach Menschen hält und segnet und versorgt den Arbeitsplatz suchen super Ausbildungsplätze super Arbeitsplätze die sich irgendwie ergeben im Namen des Herrn wir sind nicht abhängig von dem das die Welt zu bieten hat sondern da ist die Ökonomie des Himmels und daran docken wir uns an du hast Möglichkeiten du hast Versorgungsmöglichkeiten von denen die Welt gar keine Ahnung hat und das ist es was wir wollen und was wir für uns brauchen im Namen Jesus wir wollen jetzt beten wenn dich das betrifft dock dich an komm in Übereinstimmung damit wir wollen jetzt beten für die Leute die unter Eheproblemen leiden warte mal ganz kurz haben wir den finanziellen Bereich damit der kommt noch vielleicht der kommt noch okay die Leute die jetzt in wo sie sagen ja mein Mann bekehrt sich nicht oder meine Frau bekehrt sich nicht oder ich stehe mitten in der Scheidung oder mein Mann oder meine Frau wollen sich scheiden lassen oder da sind andere Personen mit im Spiel wir wollen beten für die Ehepartner die wirklich noch nicht zum Glauben durchgebrochen sind dass sie eine Berührung durch Gottes Liebe erfahren auch Gottes Liebe in dir sehen es ist ganz wichtig dass wir auch in diesen Ehesachen wirklich diesen Respekt voreinander haben rede nicht schlecht über deinen Mann oder über deine Frau wenn du sie gewinnen willst wenn du sie gewinnen willst rede zwinge sie nicht zum Glauben du kannst das Herz eines Menschen nicht verändern du kannst nur Glauben vorleben du kannst Liebe vorleben aber du kannst nicht ihr Herz umdrehen Vorbild sein sondern bete hör nicht auf zu beten vielleicht sagen jetzt manche ich bete schon fünf Jahre zehn Jahre oder wie lange soll das denn noch dauern guter Tipp bete weiter bete weiter bete weiter lass dein Herz ungeteilt mit dem Herrn sein komm mit Liebe und mit Gnade sei ein gutes Vorbild du musst auch nicht zu allem etwas sagen nörgel nicht rum sondern bemühe dich auch einfach deinen ja was weiß ich deinen Haushalt oder dein das Zusammenleben positiv gut zu gestalten und lass dir einfach durch den Heiligen Geist Tipps geben wie du deine Partnerschaft deine Ehe gestalten musst oder sollst und wir proklamieren dass Gottes Schutz da ist dass seine Gnade da reinkommt Herr wir proklamieren genau das deinen Schutz deine Gnade auf die Eheleute die jetzt in Struggle sind wo die Dinge sich nicht so gut entwickeln Herr ich proklamiere dass deine Gnade diese Menschen umhüllt wie mit einem Mantel oder wie mit diesem roten Band das signalisiert oder versinnbildlich das Blut Jesu was ein Bund darum gestaltet ich proklamiere dass der Bund hält und dass die Menschen die unter dieser Trennung jetzt sind dass sie innerlich wirklich auf dich ausgerichtet sind dass sie auf dich schauen du bist ihre Kraft du bist ihr Versorger du bist alles in allem und du erweist dich treu Herr wir beten um Gnade um Schutz um deine tiefe echte Versorgung wir proklamieren dass wirklich Ehen wiederhergestellt werden geheilt werden gesunden dass da der Friede Gottes reinkommt wo der Feind einfach gewirkt hat wo der Feind einfach auf Raubzug war wo der Feind einfach Negatives getan hat wo da Missverständnisse reingekommen sind oder blanke Sünde oder was auch immer wir sprechen aus dass das zurückgedrängt ist wir widerstehen dem und sagen da kommt jetzt Heilung hinein und Schalom hinein der Friede Gottes der Höhe ist hat alle vernommen wir widerstehen dem dass christliche Ehen kaputt geht da kommt ein Heilungsprozess rein wir widerstehen dem dass es da Missverständnisse und Probleme gibt wir proklamieren die Hand des Herrn dass da wirklich Dinge einfach wieder ins richtige Lot kommen auch mit der ganzen Familie mit den Kids und allem und wir segnen diejenigen die jetzt gerade in Schwierigkeiten sind wo es gerade knirscht und wir sprechen aus im Namen Jesus Christus Feind nimm deine dreckigen Hände da raus wir widerstehen und wir sagen da ist ein Schutzraum eine Bubble ein Segensbereich wo einfach der Feind nicht durchkommt Zerstörung reinzubringen sei er zurückgewiesen im Namen Jesus Christus da möchte ich auch gleich weiterbeten für diejenigen die Schwierigkeiten haben weil sie aus einer Scheidung oder durch eine Scheidung durchgegangen sind vielleicht Schwierigkeiten mit dem Ex-Partner wo es vielleicht Schwierigkeiten gibt mit der finanziellen Versorgung wo da nichts kommt da waren mehrere Fälle wo Männer sich nicht um die Kinder kümmern obwohl sie gutes Einkommen haben wir sprechen aus dass da die Gerechtigkeit des Herrn reinkommt und dass die Leute überführt werden wir proklamieren dass da keine Notsituation entstand wegen sowas sondern dass da auch dort Heilung und Versorgung hineinkommt im Namen Jesus Christus Herr besonders segnen möchte ich auch da in diesen Familien wo so viel Zerstörung auch durch den Feind reingekommen ist ich segne die Kinder ich erkläre deinen übernatürlichen Schutzmantel um sie dass ihre Seele geschützt ist dass sie nicht aus diesen Dingen eine schräge Entwicklung nehmen nicht in Schwierigkeiten lange wohnen oder überhaupt wohnen oder reinkommen Herr ich proklamiere dass deine Hand auf den Kindern liegt dass du sie wirklich ummantelst dass dieses Wort vom Neuen Testament Gültigkeit hat lass die Kinder zu mir kommen Herr wir proklamieren sie finden einen Weg zu dir dass sie dich kennenlernen Jesus dass sie sehen wie du wirklich bist dass du ihr Leben gewollt hast dass sie nicht abgelehnt wurden und nicht sich abgelehnt fühlen dass sie sich nicht in dieser in diesem Zwiespalt befinden wo gehe ich wen habe ich lieber die Mama oder den Papa und dieses hin und her Herr wir segnen diese Kinder in diesen Familien wo jetzt wirkliche echte Schwierigkeiten sind ich proklamiere auch für Jugendliche und junge Erwachsene oder überhaupt Menschen die in solchen Schwierigkeiten sind dass du Schutzraum bist dass du selber deine Flügel ausbreitest und dass du sie beschützt und bedeckst mit deiner Gnade mit deiner Liebe dass du ihnen mehr 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 gibst als sie bis jetzt gedacht haben Herr ich proklamiere du kommst in diese schwierigen Situationen gerade jetzt rein Amen ja Amen Yes Ja dann beten wir für Gesundheit so viele Menschen genau ich meine das ist das ist eigentlich das Hauptanliegen das Hauptthema ist einfach Krankheitsattacken Gebrechen Schmerzen teilweise mysteriöse Sachen wo man sagt kein Mensch weiß was das ist die Ärzte wissen nicht was das ist aber ich habe dieses Problem so lange ja wie ich vorhin gesagt habe ja dass Jesus gekommen ist und alle geheilt hat die eben vom Teufel überwältigt waren Krankheit Krankheit als eine dämonische Macht eine teuflische Macht ist etwas wo wir widerstehen im Glauben und all diese Anliegen wo einfach körperliche oder psychische Attacken sind auf die auf die Menschen ja auf die Seele auf den auf den Körper wir widerstehen dem und wir sagen dass die heilende Kraft des Herrn da hineinkommt damit im Namen Jesus Christus wir proklamieren Heilung fließt hier hinein in jeden einzelnen Menschen in den Geist in die Seele in den Körper jeder einzelne Name der hier genannt ist mit einer körperlichen oder sonstigen Krankheit egal was es sei egal welchen Namen es hat wir widerstehen dem die Bibel sagt jeder Name also der Name Jesus ist erhoben über jeden anderen Namen und im Namen Jesus muss sich alles beugen alles jede Krankheit egal welchen Namen sie hat egal wie sie wie sie sich nennt sie muss sich beugen weil der Name Jesus Christus höher ist als jede einzelne Krankheit und wir widerstehen Krankheit wir sprechen Heilung aus wir sprechen Heilung aus es sind Werke des Feindes das Volk Gottes mit Krankheit mit Schmerzen mit Gebrechen egal wie sie heißen mögen zu versehen und wir sagen zurück wir proklamieren Heilung für das Volk Gottes nimm es aktiv für dich an ja ja ich nehme es wir sprechen Heilung aus für das Volk Gottes wir sprechen Heilung aus im Namen Jesus sei geheilt empfange deine Heilung aus der Hand des Allmächtigen Gottes im Himmel sind die Engel aktiv Heilung zu transportieren du musst aktiv sein sie nehmen zu wollen du musst sagen ja ich beanspruche sie für mich Heilung ist mein Erbteil Krebs muss ich beugen im Namen Jeschua Hamashiach ja Diabetes muss ich beugen im Namen Jeschua Hamashiach Arthritis und wie das Ding alle heißt muss ich beugen im Namen Jeschua Hamashiach irgendwelche körperlichen Probleme Asthma Allergie wie immer sie heißen mögen müssen sich beugen im Namen Jeschua Hamashiach und wir erklären diese Dinge sind gebunden 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 und du bist frei jedes Herzproblem du bist frei im Namen Jesus wir proklamieren wir sprechen es dir zu ja im Namen Jesus Christus wie sie in Afrika immer machen blinde Augen öffnet euch Taube One öffnet euch ja jedes Gebrechen weiche jede Krankheit weiche einfach damit Freiheit ist im Volk Gottes es muss einen Unterschied geben zwischen denen die Gott dienen und denen die ihm nicht dienen und es hat was damit zu tun dass wir es aktiv nehmen deshalb proklamiere ich im Namen Jesus Christus dass es freigesetzt ist für jeden der es für sich braucht Herr es ist so eine himmelschreiende Not unter dem Volk Gottes gerade diese Krankheiten so so fürchterlich wir widerstehen dem wir sagen das Wort Gottes sagt dass wir geheilt sind durch seine Striemen dass wir geheilt sind durch seine Striemen und das proklamiere ich das ist die Wahrheit das ist das Schwert gegen jede Macht der Krankheit wir sind geheilt geheilt in Christus durch die Striemen die er getragen hat und das proklamieren wir über jeden einzelnen Menschen der hier eine Not hat und jeden einzelnen der in der Kamera der der zuschaut jetzt empfange diese Heilung von Krankheit im Namen Jesus Christus Herr wir sprechen auch aus dass geistliches Wachstum kommt dass die Menschen die zurückhalten sind mit den Dingen des Glaubens die mal ja und mal nein und dieses hin und her und dann ich habe Angst vor dem Feind aber eigentlich will ich ja doch und dieses ganze komische Gemisch Herr wir proklamieren dass dein Licht scheint dass das Licht in die Herzen aller hineinkommt und das Glaube aufsteht mehrere unseren Glauben mehrere das gibt Zuwachs lass das Meer von dir kommen lass mehr Raum werden lass Raum bei denen werden die zurückhaltend sind oder die sagen ich weiß nicht und das ist alles so ein bisschen und dann darf ich ja nichts mehr lass deinen Raum kommen Herr wir haben gehört dass prophetisch angekündigt wurde dass es einen neuen Hunger und Durst in unserem Land nach dir gibt Herr wir öffnen dieses wir öffnen das dass dein Hunger und dein Durst in die Menschenleben hineinkommen wir proklamieren es wird keine Sinnkrise geben sondern sie werden den Sinn in dir finden ihr Fundament in dir finden die Menschen werden zu dir laufen um zu erkennen dass du der Herr in ihrem Leben bist und sie werden aus freien Stücken und gerne dir dienen wollen du bist der Gott allen Fleisches Ewigkeit ist in die Herzen der Menschen gelegt Herr lass sie mit ungeteilten Herzen auf dich ausgerichtet sein und wir proklamieren für uns alle für mich ich proklamiere für mich Wachstum geistliches Wachstum Zunahme in diesem geistlichen Raum Sachen die ich noch nie gesehen habe im Übernatürlichen ich werde sie sehen Sachen die ich nicht für möglich gehalten habe ich werde sehen wie sie möglich sind Dinge die ich jetzt noch nicht kenne ich werde sie kennenlernen weil du sie mir zur Verfügung stellst und das proklamiere ich für jeden der hier zuschaut ich proklamiere das ich erwarte das ich höre diese Zeugnisse wie ein Rauschen was kommt und ich werde diese starken Zeugnisse empfangen genau und da sind Menschen unter uns Geschwister die sehen sich danach die Stimme Gottes klarer zu hören die sehen sich danach Träume und Visionen und Bilder zu haben die wollen einfach offen sein für die Geistesgaben die sagen ich will in Zungen beten können und irgendwie ist eine Blockade da die sagen ich möchte einfach gelehrt werden über prophetische Rede dass ich da hineinkomme ich möchte Worte der Weissagung haben ich möchte da hineingehen in das was der Herr im Übernatürlichen für mich hat und ich sage wenn du diesen Wunsch hast in deinem Inneren dann ist das bereits ein Wirken des Heiligen Geistes es hat etwas mit deiner Berufung zu tun und du nimmst es einfach und ich bete für jeden Einzelnen auch von den Menschen hier auch in diesem Mosekörbchen und jedem der zuschaut wenn das dein Herzenswunsch ist so spreche ich aus dass deine Augen im Geist geöffnet sind dass deine Ohren im Geist geöffnet sind dass du Visionen Bilder Träume hast denn Joel sagt zum Ende der Zeit wird es passieren und der Geist Gottes wird ausgegossen und ich segne dich damit dass du jemand bist der das vom Herrn empfängt der die Stimme des Heiligen Geistes klar hört damit er geschult ist in diesen Zeiten der Wahrheit zu folgen damit er geschult ist in der richtigen Weise voranzugehen damit er geschult ist andere Menschen zu leiten hin in die Wahrheit damit segne ich dich das spreche ich aus über jeden Einzelnen von uns wir kommen auch vor deinen Thron mit dem Anliegen dass Menschen die unter Zurückweisung jetzt leiden die unter Ablehnung leiden wo Ablehnung von anderen ein tiefes Loch geschaufelt haben wo Ablehnung wirklich Wunden geschlagen hat die schon lange vorhanden sind ich glaube dass hier Leute zuschauen die Ablehnung so oft in ihrem Leben erlebt haben wo der Feind andere benutzt hat und andere dich geschädigt haben indem sie dich einfach bruskiert haben und abgelehnt haben Herr ich proklamiere über diese Menschen über diese Person dass jetzt Heilung in ihr Leben hineinfliegt einen übernatürlichen Strom der Heilung der jetzt reinfließt etwas was jetzt dieses Loch auffüllt und was wirklich eine göttliche Wiedergutmachung ist Herr wir proklamieren es kommen neue Menschen in das Leben dieser Person es kommen Leute da rein die sie weiterbringen es kommen Menschen die sie aufbauen die wirklich sie nach vorne treiben die sie anschieben die etwas Neues Gutes Richtiges in dein Leben hineinbringen ich proklamiere es werden Menschen sein deren Herz ungeteilt auf die Anliegen und Absichten des Reiches Gottes ausgerichtet sind und diese Menschen werden dich weiterbringen du wirst Neuland erreichen du wirst ein neues Land sehen du wirst in ein neues Land hineinkommen und der Feind hat kein Recht dir dieses Land madig zu machen ich proklamiere Ablehnung muss aus deinem Leben verschwinden Zurückweisung Zurücklehnen Ablehnung muss wirklich aus deinem Leben weichen und ich proklamiere dass du nicht zurückschaust dass du ständig die alten Dinge wieder hochholst dass du wenn du jetzt hier mitbetest dass du die Dinge nicht wieder hochholst sondern dass du sagst ich lasse sie dahin und Neues kommt neues Land wir nehmen alles was den Bereich Mobbing beinhaltet damit rein und wir nehmen alles was irgendwelche Ablehnung von Seiten irgendwelcher Verwandten oder Älterer oder sonst was oder Missbrauch oder sowas nehmen wir damit hinein das was da angetan worden ist von dir wir sprechen aus Heilung wir sprechen aus Wiederherstellung wir sprechen aus Segen es gibt Leute die haben Ablehnung in ihrer Gemeinde erlebt Ablehnung von anderen Geschwistern erlebt manche die sind so geschockt von dem was Christen ihnen angetan haben wir sprechen Heilung und Schalom da hinein und eins ist wichtig die Kraft vergeben zu können damit du selber frei wirst die Kraft die Sachen dem Herrn zu geben und loszulassen damit du selber frei wirst das ist sehr wichtig das ist etwas was nicht leicht ist aber was wichtig ist Vergebung bringt den Menschen dem was angetan worden ist in Freiheit und ich segne dich damit das freigesetzt ist in deinem Leben ich segne dich damit das was dem Volk Gottes angetan worden ist egal von wem oder was dass das weggenommen ist und dass du erhoben wirst und dass du in die Position kommst und dass das unter die Füße kommt im Namen Jesus Christus dann lag mir echt noch auf dem Herzen wir hatten vorhin das schon angesprochen das mit dem Thema Finanzen das Thema Finanzen ist wirklich etwas was für uns alle wichtig ist das Finanzen also der finanzielle Fluss das ist wie der Blutkreislauf der Gesellschaft ja und wir alle brauchen ausreichende Finanzen ja ich spreche nicht von irgendeinem irren Reichtum ich brauche ausreichende Finanzen die jeder braucht und so viele Menschen leiden unter knapper Rente oder gar Hartz IV ja Schande auf diesen Hartz echt Schande seinem Namen ja unter diesem ätzenden Hartz IV ja oder unter jetzt Arbeitslosigkeit wie wir gerade gesagt haben finanzielle Notsituationen da sind Leute die vorhin hatten wir das mit wo da von der Versorgung von irgendwelchen Ex-Partnern das vielleicht nicht kommt aber da gibt es auch Fälle wo das Erbe blockiert ist oder wo Leute um ihr Erbe betrogen werden oder einfach irgendwelche Sachen die ihnen zustehen nicht durchkommen oder was weiß ich ein Hausverkauf nicht möglich ist oder Rechtssachen solche Sachen ja rechtliche Sachen Blockaden die da sind wo einfach Finanzen die dir zustehen ja irgendwie nicht durchkommen ja wo irgendwelche Blockaden sind und im Namen Jesus Christus widerstehen wir dem wir alle brauchen ein ausreichendes Maß an finanzieller Versorgung damit wir unsere Verpflichtungen nach gehen können gerade in einer solchen Phase wie diese und ich spreche aus dass da wo der Feind Finanzen blockiert hat dass es abgeschlagen ist ja wo er seine dreckigen Hände drauf legt dass es abgeschlagen ist und dass der finanzielle Fluss freigesetzt ist da wo Verkäufe blockiert sind ich spreche aus in der Autorität des Namen Jesus Christus freigesetzt da wo irgendwelche Dinge mit was weiß ich Rente oder sowas nicht in Ordnung sind es ist freigesetzt ja wo irgendwelche hier jemand hat Probleme weil gesundheitlich irgendwelche Zahlungen dir zustehen und die sind wie blockiert ich nahm Jesus spreche ich ein Wunder aus und es ist freigesetzt finanzieller Fluss in einer guten Art und Weise für jeden Einzelnen der hier zuschaut und für jeden Einzelnen der hier ist in einem gesunden Maß nicht krank nicht irgendwie spinnert sondern in einem gesunden notwendigen guten Maß das für jeden Einzelnen passt und was gut und richtig ist ja im Namen Jesus Christus Koscha Kalabadu Jakasai und jetzt wollen wir hier tatsächlich das Abendmahl das Abendmahl nehmen über diesen Anliegen über diesen Anliegen hier wenn du dein Abendmahl hast mach es bitte bereit als ich heute nochmal gelesen habe die verschiedenen Bibelstellen über das Abendmahl ist mir eins aufgefallen in Lukas 22 da sagt Jesus mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt dieses Passamahl mit euch zu essen ich leide schau Jesus hat eine Sehnsucht danach diese Gemeinschaft mit uns zu haben deshalb haben wir das Abendmahl deshalb nehmen wir das Abendmahl weil wir mit ihm verbunden sind und Jesus sagt denn ich sage euch dass ich es gewiss nicht mehr essen werde bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes und dann kommen diese Worte die wir als Einsetzungsworte bezeichnen und er nahm einen Kelch dankte und sprach nehmt diesen und teilt ihn unter euch denn ich sage euch dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde bis das Reich Gottes kommt und er nahm das Brot dankte brach und gab es ihnen und sprach das ist mein Leib der für euch gegeben wird dies tut zu meinem Gedächtnis ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut das für euch vergossen wird genau das wollen wir jetzt gemeinsam tun ja er nahm das Brot dankte brachs und gab es ihnen und sprach das ist mein Leib der für euch gebrochen wird solches tut zu meinem Gedächtnis nimm jetzt dieses Brot auf in dem Gedenken an das was Jesus dir schenkt seinen Leib seine Identität ja seine Majestät seine Herrlichkeit seine Gnade seine Freude seinen Segen sein Leben in dir in Jesu Namen und wir brechen über diesen Anliegen und auch über dem was du hast brechen wir den Leib Jesu als einfach ein Zeichen dafür da ist nichts irgendwie komisches dabei sondern einfach nur als ein Zeichen dass all diese Anliegen unter diesem gebrochenen Leib des Herrn bedeckt sind ja wir brechen das Brot als ein Zeichen dafür dass all diese Anliegen all diese Namen all diese Menschen darunter mit eingebettet sind wir sagen häufig bei uns im Dienst das kostbarste was es im Universum gibt ist das Blut Jesu das Blut Jesu was er vergossen hat Gott wird Mensch lebt als Mensch wird schmählich hingerichtet und sein Blut bringt die komplette Erlösung durch sein Blut was er vergossen hat sind wir alle gerettet durch dieses Blut können wir neues Leben haben durch dieses Blut haben wir erst den Zugang überhaupt zu der Identität ohne das Blut Jesu wäre gar nichts er hat das vollkommene Opfer gebracht und man sagt das hier also häufig ein Tropfen des Blutes Jesu reicht um die gesamte Macht von Tod und Hölle und Sünde und sonst was zu vernichten und es ist die Wahrheit es ist die stärkste Power im Universum weil Jesus hat das vollkommene Opfer gebracht und er hat uns seinen Leib der gebrochen worden ist und sein Blut was vergossen worden ist gegeben als Bund der Kelch ist das Zeichen des Bundes das Brot ist das Zeichen des Bundes und wir dürfen das einfach für uns nehmen und du musst dir bewusst sein wenn du das trinkst das ist nicht irgendein religiöses Ding das ist etwas wo du dir bewusst machst ich nehme das in mich auf es ist Teil von mir es ist Teil meiner Identität es ist Teil meines Systems es ist Teil meines Seins meines Wesens Christus in mir ist doch nur ein Zeichen aber es verdeutlicht eine tiefe geistliche Wahrheit die dir bewusst macht das ist in mir yes yes er nahm den Kelch dankte gab ihnen den und sprach trinkt alle daraus das ist mein Blut das ist der Bund des Neuen Testaments in meinem Blut der Kelch ist der Bund das Kelch der Kelch ist der Bund und das Blut ist einfach Zeugnis Halleluja yes yes genau und auch hier wollen wir einfach als Zeichen wie gerade eben gesagt einfach ein paar Tropfen von diesem symbolischen Blut von diesem von diesem Wein hier über diese Anliegen träufeln als Zeichen auch in der geistlichen Welt das Ding legen wir da mit dazu ja als Zeichen in der geistlichen Welt diese Dinge sind unter dem Blut diese Namen sind unter dem Blut Jesu diese Not diese Situation sind unter dem Blut Jesu Amen im Namen Jesus Christus segnen wir jeden einzelnen Namen jede einzelne Situation die noch nicht erwähnt worden ist von uns jeder Mensch der hier irgendwie in einer Notsituation ist die wir jetzt nicht spezifisch angesprochen haben wo irgendetwas ist wir proklamieren Durchbruch wir proklamieren Heilung wir proklamieren Veränderung wir proklamieren ein Eingreifen Jesu ein Eingreifen Gottes im Leben von diesem Menschen was auch immer ihre Not sein mag was auch immer dort an persönlicher Herausforderung hat was auch immer das Anliegen ist das sind Leute die wünschen sich einfach ein Baby einfach schwanger zu werden ja das sind Leute die haben Kinder die sind vielleicht jemand hat uns angeschrieben der hat gesagt ich habe zwei Kinder aufgenommen und die haben mir so viel Not und Schmerzen zugefügt ja wir sprechen aus dass da Heilung reinkommt und dass Veränderung kommt und ich segne auch dich wenn deine Situation wie immer sie aussehen mag vielleicht hier nicht genannt ist empfange einfach eine Berührung Gottes empfange den Segen Gottes ja Menschen die gebunden sind in irgendwelchen dämonischen Sachen wo was ist im Namen Jesus Christus Feuer auf die feindlichen Aktivitäten und Freiheit für dich wir erklären in der Autorität des Namens Jeshua HaMashiach dass die Mächte der Finsternis in dir in deiner Familie in deinen Kindern oder wo auch immer gebunden sind ja wir sprechen aus dass die nicht mehr sprechen können wir sprechen aus dass sie nicht mehr aktiv sein können dass sie gebunden sind gebunden 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 im Namen Jesus Christus yes wir proklamieren dass die Wahrheit Gottes triumphiert ja und das Freiheit kommt durch Wahrheit Freiheit durch die Wahrheit des Wortes Gottes Amen wir stehen auf dem Felsen der Christus heißt und das ist das Leben nach dem wir uns ausrichten wir schauen auf den Herrn und auf die Macht seiner Stärke und wir beten noch für unser deutschsprachiges Europa was uns einfach in besonderer Weise auf dem Herzen liegt für Deutschland Österreich Schweiz Liechtenstein und für die Menschen die drumherum irgendwo deutschsprachig sind was weiß ich in Norditalien oder wo immer Paraguay wo immer deutschsprachige sind wir bekommen ja Zuschriften von überall wo deutschsprachig sind wir sprechen aus Herr dass du dich über diese Nationen erbarmst dass dein Segen auf uns ist wir sprechen aus dass du gerechte Politiker in Position bringst ja und Leute die nicht gut sind dass du sie einfach wegnimmst wie auch immer das ist wir sprechen aus dass Wahrheit in den Medien verkündet wird wir sprechen aus dass du Licht reinbringst Licht damit wirklich erkennbar ist wo Machenschaften des Bösen sind wir sprechen Licht aus auf die Finsternis ja wir haben über den Teufel gehört den Herrn der ist in der Finsternis wir sprechen Licht auf auf die Machenschaften des Bösen wo irgendwelche Agenten des Feindes sind Licht drauf wir segnen das und wir sprechen aus dass unsere Bevölkerung in Deutschland ein Recht hat über die Wahrheit informiert zu werden und nicht von irgendwelchen Sachen verführt wird wie auch immer das aussehen mag wir proklamieren Licht wir proklamieren Segen wir proklamieren was der Herr verheißen hat eine gewaltige Bewegung Gottes wir proklamieren Bekehrungswellen wir proklamieren dass Menschen gerettet werden Millionen in dieser Zeit Deutschland Österreich Schweiz und all die anderen die befinden sich im Tal der Entscheidung und ich proklamiere dass im Tal der Entscheidung es zu einer Scheidung kommt die einen in die Finsternis mögen sie gehen aber die meisten kommen ins Licht hinein und das ist das wofür wir beten Deutschland wird sich radikal verändern und es wird eine gewaltige Bewegung Gottes geben und das Licht des Herrn wird aufstrahlen der Morgen ist schon aufgegangen die Wolke der Finsternis ist schon zerbrochen die mächtlichen Strukturen des Feindes sind im Zusammenbrechen und das Reich Gottes kommt in Kraft in Autorität hervor auf der einen Seite Finsternis ja aber auf der anderen Seite Licht und wir sind im Licht und wir werden sehen wie der Herr uns gewaltig voranbringt in Zeichen in Wundern in Kraft erweisen und wir werden sehen dass es eine gewaltige gewaltige Bewegung Gottes gibt ein echter Tsunami das haben die Propheten verheißen das glauben wir und das bitte ich für unsere Nation Amen 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 ist mein Thema ja Entschuldigung ja Amen hier vielleicht noch eine Kleinigkeit Mosekörbchen was du vergessen hast zu sagen hier ist eine Windel ich habe gesagt eine Windel hast du gesagt oh sorry habe ich nicht gehört das war ja das Zeichen für diese Bedürftigkeit von diesem kleinen Mose Baby wir beten weiter für dich wir beten weiter damit ist das nicht abgeschlossen für uns wir beten weiter für die Anliegen in diesen Körbchen wir wollen das vor dem Herrn immer wieder bewegen immer wieder vor ihm erwähnen immer wieder ihn suchen und ihn bitten um seine Gnade um sein Erbarmen und um seine große Hilfe was wir auf dem Herzen haben und euch wirklich wünschen das ist dass ihr diese Proklamation auch festhaltet mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott und die Augen des Herrn schauen über die ganze Erde um sich treu an denen zu erweisen deren Herz ungeteilt auf ihn ausgerichtet ist so wir sehen uns am nächsten Freitag nächsten Freitag gibt es was Besonderes ja wir haben ja manchmal ja wir immer was Besonderes nächsten Freitag gibt es wirklich was Besonderes und zwar nächsten Freitag geht es echt mal um das Thema Prophetie was sagt Gott prophetisch konkret zu unserer Situation jetzt was ist das was er sagt was auf uns zukommt worauf wir uns vorbereiten sollen das ist wirklich spannend ich sag dir eins es ist komplett anders als das was in der Welt erzählt wird und zwar egal von welcher Seite egal von wo du guckst das ist weltliche Information Gott hat eine völlig andere Agenda und das ist echt interessant sich damit zu beschäftigen prophetisches Reden Gottes heute ähm solltest du dabei sein so wir grüßen nochmal ganz herzlich die Leute in Brasilien in Amerika in Frankreich in der Schweiz in Österreich in den ganzen Benelux in Australien jemand war aus der Türkei dabei Türkei wir grüßen euch von Herzen wir lieben diese Verbundenheit die ihr immer wieder auch beschreibt mit uns und wir freuen uns jedes Mal auf diesen Freitagabend und ich glaube wirklich von Herzen dass Gott unseren Glauben heute Abend vermehrt hat und das ist das wo wir in anhaltendem Gebet für euch auch einstehen dass euer Glaube wächst dass ihr ermutigt werdet durch diesen Dienst von Gottes Haus und dass ihr sagen könnt Gott hat mehr für mich Gott hat mehr für mich damit verabschieden wir uns und sagen Ciao Ciao Bis nächsten Freitag Bis nächsten Freitag Seid geregnet Haltet fest am Gebet Bis nächsten Freitag Bis zum nächsten Mal.